Musik Was Großvater Stumpfzahn erlebte. Musik Ein Märchlein von Else Uri. Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber Na, Gott sei Dank! Nun ist die ganze Gesellschaft glücklich mit ihren Körben, Kiepen und Säcken zur Erde hinauf. Nun wird's wieder hübsch ruhig im Nest, seufzte Großvater Stumpfzahn erleichtert und humpelte zu seinem großen Lehnstuhl hin. Ja, die Vorbereitungen zum lieben Osterfest, dieses Gehetze und Gejage machte einen ganz nervös. Das war nichts mehr für einen solch greisen Hasen wie ihn. Er fühlte in seinem zerschossenen Bein ordentlich die aufregende Zeit. Wie das zog und stach! Da hatte er doch richtig wieder sein Podagra. Ganz dicht an das knisternde Herdfeuer schob er seinen Großvater Stuhl, zog seinen warmen, braunen Schlafrock fest um die dünnen Beinchen, steckte sich die lange Holunderpfeife an und sah über die große Hornbrille unzufrieden zu seinem jüngsten Enkelchen hinüber. Na, spring ins Feld! rief er verweisend. Lass die zerbrochenen Ostereier liegen. Du reißt dir Splitter in deine Pfötchen. Mach doch nicht so wilde Sätze, Kind. Du wirst mir die ganzen Farbentöpfe herunter. Ach, sieh nur, deinen schönen braunen Samtanzug hast du total verdorben. Dein Schwänzchen ist blitzblau. Und hier, an deinem hübschen Ohr klebt rote Farbe. Ach, pfui, schäme dich, solch großer Junge. Na, lass nur die Mutter nach Hause kommen. Die wird dir das Feld schon gerben. Spring ins Feld, das Hasennesthäkchen, trollte sich weinend in seinen Schmollwinkel. Er hatte es doch auch gar zu schlecht auf dieser Welt. Nichts war ihm erlaubt. Trotz seines Bittens und Bettelns hatten ihn die Eltern nicht mit auf die große Osterreise genommen. All seine Brüder und Schwestern waren in den neuen Frühjahrskleidchen mit ihren bunten Ostereiern zur Erde hinaufgesprungen. Und nur er musste hier unten, in dem langweiligen Nest, beim Großvater bleiben. Er sei noch zu klein, hieß es. Nein, nein, er wollte auch einmal auf die schöne Erde, wo die Sonne so golden schien und die Osterblümchen im Winde nickten. Auf leisen Pfötchen schlich sich springensfälsch zu der mit grünen Moosteppich belegten Treppe. Da knarrte die Baumrindentür. Großvater Stumpfzahn, der eben ein Nickerchen gemacht hatte, fuhr verschlafen hoch. Spring ins Fels, wohin? fragte er. Der Kleine wurde rot bis an das braune Stirnhaar. Ich langweile mich so, stotterte er ganz beschämt. Aha, und da wolltest du dich heimlich auskratzen, ja? Das ist ja recht niedlich. Großvater Stumpfzahn nickte ernst mit dem würdigen Haupte und schaute den kleinen Sünder vorwurfsvoll an. Ach, Großvater, lieber, lieber Großvater. Spring ins Feld sprang dem alten Herrn mit einem großen Satz auf den Schoß und schlang beide Pfötchen um seinen Hals. Sei nur nicht böse. Ich will es auch ganz gewiss nicht wieder tun. Aber erzähle mir auch etwas, Großvater, ja? Schmeichelnd fuhr er mit seinem spitzen Schnäuzchen über Großvaters runzliges Gesicht. Na, dann hole dir nur fix deinen Kinderstuhl herbei, sagte der gute Großvater Stumpfzahn leise schmunzelnd. Und nun saßen der Großvater und das Enkelchen am flackernden Herdfeuer traulich nebeneinander. Was möchtest du denn hören? Fragte Großvater. Blumenmärchen? Jagdgeschichten? Oder? Nein, 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 nein. Bitte von der Erde erzähle mir. Von den Kindern, die dort leben, Großväterchen. Oder bist du auch nie oben auf der Erde gewesen? Der Großvater lachte, dass seine Ohren wackelten. Kikin, die Welt! Als an dich doch gar nicht zu denken gewesen, da war ich schon der bekannteste Osterhase weit und breit. Und aus Ost und West, aus Nord und Süd, schrieben die kleinen Menschenkindern auf der Erde an mich und bestellten sich ihre Ostereier zum Ostersonntag. Sind die Kinder auf der Erde stets brav, Großvater? erkundigte sich der kleine Hasenjunge, ein wenig verlegen. Äh, ja, immer auch nicht, meinte der Großvater und kraute sich mit der linken Pfote nachdenklich hinter dem Ohr. Einmal, ich weiß es noch wie heute, stand ich vor der Tür einer Kinderstube. Drinnen tobte die wilde Hilde mit dem kleinen Brüderchen Franz. Lautes Getöse erscholl durch die geschlossene Tür. Ich schlugte durch eine Türspalte, und was sehe ich? Da hatte die große Hilde das kleine Brüderchen zu Boden geworfen. Sie kniete auf seiner Brust, und hageldicht sausten die Stöße, Knuffe und Schläge auf das arme Kerlchen hernieder. Ich sag es dem Osterhasen, wenn du so grob bist, weinte der kleine Hans. Kein einziges Ei soll er dir bringen. Pah, der Osterhase, hörte ich Hilde sagen. Osterhasen gibt es überhaupt nicht. Ich glaub nicht an den Osterhasen. Bin schon viel zu groß dazu. Und dabei stand ich doch hinter der Tür. Neunmal klug, rief ich erregt durch das Schlüsselloch. Du Naseweiß, warte, dir bringt der Osterhase diesmal ganz sicher keine bunten Eier. Doch die Hilde verstand meine Hasensprache nicht. Aber das verstand sie am anderen Tage, als der kleine Bruder überall in allen Ecken und Eckchen herrliche Ostereier mit dem Namen Franz fand, dass sie dieses Jahr ganz leer ausgehen musste. Weinend durchsuchte sie jedes Winkelchen im Hause. Aber wer nicht an den Osterhasen glaubt, dem bringt er auch keine Eier. Was hast du denn aber mit Hildes Osterheiern angefangen, Großvater? Fragte der kleine Spring ins Feld, der mit andächtig gefalteten Pfötchen der Erzählung gelauscht hatte. Großvater Stumpfzahn nahm bedächtig eine Prise aus seiner großen Schnupftabakdose. Und dann fuhr er fort. Nachdem ich nun die ganze Nacht von Haus zu Haus Treppauf und Treppab gelaufen war, setzte ich mich gegen Morgen müde auf dem Prellstein eines Hauses. Und als ich so zugucke, wie die Morgenröte der noch ganz verschlafend reinschauenden Erde ein purpurleuchtendes Festkleid überzieht, höre ich mit einem Male Kinderstimmen im Hausflur. Ach, Lienchen, hast du die vielen, vielen Ostereier drinnen im Bäckerladen gesehen? Ach, wenn ich doch nur ein einziges bekäme! Wer sollte uns wohl Ostereier schenken, Tienchen? Vernahm ich darauf eine zweite, neise klagende Mädchenstimme. An so arme Kinder, wie wir es sind, denkt der Osterhase nicht. Die kennt er gar nicht. Die Haustür öffnete sich und zwei dürftig gekleidete, kleine Mädchen traten heraus. In den Händchen hielten sie die Frühstücksbeutel und am Arm schleppten sie große Körbe mit Osterkuchen. Sie trugen in aller Herrgottsfrühe das Gebäck für den Bäcker aus. Wie Mutter noch gesund war, Lienchen, da brachte uns der Osterhase immer ein paar Zuckereier. Aber jetzt? Jetzt hat er uns ganz vergessen. Damit gingen sie vorüber. Oh, wie schämte ich mich, dass ich der armen Kinder nicht gedacht, dass ich keine Eier für sie in meiner Kiepe hatte. Aber plötzlich durchzuckte mich ein Gedanke. Die Ostereier der unartigen Hilde. Ja, die sollten die kleinen Mädchen haben. Leise, ganz leise huschte ich durch die warme Backstube in das Schlafzimmer des Bäckers. Der hatte die ganze Nacht Festkuchen gebacken und war erst vor kurzem wieder in die Federn gekrochen. Er schnarchte wie zehn Hasen und schlief wie alle Menschen mit zugemachten Augen. Ich breitete meine Ostereier auf dem Tisch aus. Und hopps, sprang ich auf sein Bett und flüsterte ihm ins Ohr, die Eier solle ihr Lienchen und Tienchen vom Osterhasen abgeben. Denn ich kannte ihre Adresse nicht. Er grunzte bejahend im Traume und drehte sich auf die andere Seite. Ich aber wartete hinter der Haustür, bis Lienchen und Tienchen ein paar Stunden später mit glückseligen Augen aus dem Bäckerladen herauskamen. Großvater Stumpfzahn verstummte und räusperte sich vor Rührung. Kanntest du denn sonst immer die Wohnung von all den vielen Kindern, Großväterchen? fragte Springensfelsch, der atemlos zugehört hatte. Freilich, freilich. Die waren stets in einem dicken Buch notiert. Einmal aber, einmal passierte eine drollige Geschichte. Willis Eltern waren zu Ostern umgezogen und der Kleine hatte vergessen, mir seine neue Adresse mitzuteilen. Ich hatte sie in der Schule erfahren. Aber was ich dort noch in Erfahrung gebracht, betrübte mich sehr. Willi, der faule Junge, war nicht versetzt worden. Meine schändliche Osterzensur hat er mit nach Hause gebracht. Nein, der kriegte diesmal keine Eier. In dem Hause, in dem Willi früher gewohnt hatte, hatte ich gar viel zu tun. In jedem Stockwerk gab es dort Kinder. Und als ich eilig die Treppe hinabspringe, wen treffe ich? Willi! Nanno, was hatte denn der hier noch im Hause zu suchen? Vorsichtig schlich ich ihm hinterher. An seiner früheren Wohnungstür klingelte er. Hallo, hat der Osterhase hier vielleicht Osterheil abgegeben? fragte er ein wenig verlegen, als ihm geöffnet wurde. Jawohl, sagte lächelnd die Frau. Meine Kinder sind eben auf der Suche. Jubelndes Hallo, erscholl aus dem Zimmer. Aber das, das sind meine Ostereier. Die gehören, die gehören Ihnen ja gar nicht, stotterte Willi errötend. Ja, ganz gewiss, Sie könnten es mir glauben. Der Osterhase hat gedacht, ich wohne noch hier. Die Frau lachte, dass ihr die Tränen in die Augen traten. Na, Kleiner, dann komm nur herein, sagte sie freundlich. Der Osterhase hat ihr auf jedes Ei den Namen geschrieben. Nun schaut zu, ob deiner dabei ist. Willi suchte und suchte, aber vergebens. Alle Kinder hatten die Hände voller Ostereier, aber für ihn war keins bestimmt. Traurig wollte er wieder davon. Hast du denn auch Ostereier verdient, mein Junge? Hörte ich da die Mutter der Kinder fragen. Warst du denn auch brav im Haus und fleißig in der Schule? Willi senkte schuldbewusst den Kopf. Ich will mich ja bessern, sagte er leise und die Tränen rannen über seine roten Backen. Da aber stürzten die gutherzigen Kleinen auf ihn zu. In seinen Mantel, in seine Mütze und in die Tasche seiner Höschen taten sie von ihren Ostereiern. Und sie gaben ihn nicht nur irgendwelchen, nein, 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 nein. Das Allerschönste suchte jedes für ihn aus. Und ich? Ich ließ es geschehen, denn ich wusste es. Der Willi, der würde sein Wort halten und sich bessern. Großvater Stumpfzahn sah gedankenvoll vor sich hin. Alte Zeiten waren wieder lebendig geworden. Er dachte an so manche fröhliche Osterreise. Weiter, Großvater, drängte sein Enkelchen. Erzähle doch weiter. Siehst du, spring ins Felsch, begann er nach einem Weilchen wieder, nachdem er seine ausgegangene Pfeife wieder in Brand gesetzt hatte. Auf der Erde gibt es Kinder, die sind so arm, dass sie nicht einmal eine Mutter haben. Ach, hat ihr böse Jäger sie totgeschossen? Erkundigte sich das Hasenkind teilnehmend. Großvater schmunzelte. Was war der Junge doch aufgeweckt und klug? Aus dem wurde sicher mal was ganz Besonderes. Menschen schießte der Jäger nicht. Nur uns armen Häschen stellt er nach, erklärte der Großvater dem Kleinen und fuhr dann fort. Ein vornehmes kleines Prinzesschen war's. In einem herrlichen Palast lebt es. Das kostbarste Spielzeug besaß es. Und stattliche Hofdamen und galonierte Diener folgten ihm auf Schritt und Tritt. Und trotzdem war Prinzessin Gerda ärmer als das Bettelkind, das mit sehnsüchtigen Augen dem glänzenden Galawagen nachschaute, in dem das Prinzessin täglich spazieren fuhr. Prinzessin Gerda hatte keine Mutter. Der König war mit dem Regieren beschäftigt. Der kümmerte sich wenig um sein Töchterchen. Eine sehr vornehme und steife Hofmeisterin war beständig an des Prinzesschens Seite. Niemals durfte es fröhlich umherspringen wie andere Kinder. Denn das schickte sich nicht. Niemals durfte es hell und fröhlich lachen und jubeln. Denn dann, sagte die Hofmeisterin gleich würdevoll, aber königliche Hoheit, das schickt sich doch nicht für ein kleines Prinzesschen. Prinzesschen Gerda aber stampfte mit den Füßchen recht wenig Prinzessinnen haft auf den Boden und rief weinend, Ich will auch gar kein Prinzesschen sein. Ich will einen Schneemann machen wie die Kinder unten auf der Straße. Ich will den Kreisel peitschen, auf dem Spielplatz Sand schippen und ich will eine Mama haben wie all die anderen Kinder. Ja, sie weinte bitterlich. Die Hofdame aber ringsum machten erstaunte Augen, dass das Prinzesschen so wenig königliche Wünsche habe und die Hofmeisterin rümpfte die Nase. Fidon, wie unpassend und Prinzessin Gerda langweilte sich weiter. Da kam wieder Ostern heran. Ich hatte alle Hände voll zu tun und auch für das kleine Prinzesschen, das mir trotz seiner Pracht und Herrlichkeit von Herzen leid tat, hatte ich ein paar Ostereier in meiner Kiepe. Ich möchte auch gerne Ostereier suchen, sagte Prinzessin Gerda verlangend zu einer Hofdame. Die verneigte sich tief. Ich werde sofort die kostbarsten Ostereier besorgen lassen und werde den Lakaien den Auftrag erteilen, für königliche Hoheit zu suchen. Nein, rief das Prinzesschen, die dummen Lakaien sollen nicht für mich suchen, das tue ich selber und kostbare Eier mag ich überhaupt nicht, bunte Zuckereier will ich, blaue, rote und grüne und der Osterhase soll sie mir verstecken. Aber die Hofmeisterin schüttelte ihr schön frisiertes Haupt und sprach gemessen, Ostereier suchen ist ordinär, das ist nichts für ein Prinzesschen, Am nächsten Morgen war Ostersonntag und da wurde das Prinzesschen vor den Thron des Königs befohlen. Gerda, sagte der König und strich seinem Töchterlein über die goldenen Locken, ich habe mich entschlossen, dir eine neue Mutter zu geben und im Lande eine neue Königin. Begrüße sie, sie steht neben mir. Da machte das Prinzesschen vor der schönen Frauengestalt einen tiefen zeremoniellen Hofknicks, wie sie es von ihrer Hofmeisterin gelernt hatte. Die neue Mutter aber lachte hell heraus, dass sich das kleine Prinzesschen entsetzt umschaute, was wohl ihre Hofmeisterin dazu für ein Gesicht machte. Nein, so stehen wir beide nicht miteinander, mein Herzchen, sagte die künftige Königin immer noch lachend und nahm das kleine Prinzesschen in die Arme und küsste es zum Schrecken aller Hofdamen so herzlich, wie nur eine Mutter ihr Kind kissen kann und des Prinzesschens Augen strahlten. So, und nun sollst du auch die Osteier suchen, die mir der Osterhase für dich gegeben hat, meinte die neue Mutter lächelnd. Jauchzend machte sich das Prinzesschen ans Werk. Ach, war das eine Lust, lauter Jubel erscholl durch das sonst so stelle Schloss, denn Prinzesschen Gerda war jetzt so glücklich wie all die anderen Kinder. Sie hatte eine Mutter und durfte Ostereier suchen. Das war so schön, sagte der kleine Springensfeld tief aufatmend, als der Großvater schwieg. Großvater Stumpfzahn aber spitzte seine langen Ohren und lauschte angestrengt. Junge, Springensfeld, hör nur. Sie läuten ja schon das liebe Osterfest droben auf der Erde ein. Nun ist bald Nacht. Marsch, marsch ins Bett. Es ist schönste Zeit für solch kleine Hasenjungen. Und auch ich, alter Mann, bin von dem vielen Erzählen müde und sehne mich nach Ruhe. Großvater und Enkelchen suchten beide ihr Blätterlager auf. Still wurde es in der Hasenwohnung. Nur das Herdfeuer knisterte. Herdfeuze hat herdfeuze Der Hasenhirt Ein Märchlein von Johann Wilhelm Wolf Gelesen von Herrn Daniel, dem Geschichtenweber Es war einmal ein König von Portugal. Der hatte eine sehr schöne Tochter. Und die hatte so viele Freier, dass sie sich ihrer nicht zu entschlagen wusste. Und dass die Wahl ihr mit jedem Tag schwerer wurde. Denn jeden Tag kamen ihrer einige Dutzend mehr in der Hauptstadt an. Da ließ der König endlich ein Gebot ergehen. Wer ihm einen goldenen Apfel berechte, der solle die Prinzessin haben. Denn warum sollte sie auch selbst wählen können, das arme Ding? Vielleicht war er auch einfach nicht der beste Vater. Ihr denkt nun richtig, meine Freunde. Denn so eine Frucht bekommt man ja schnell. Nun wäre es zwar leicht gewesen, sich einen goldenen Apfel vom Goldschmied machen zu lassen. Aber damit war es nicht getan. Denn der Apfel musste gewachsen sein. Und es gibt nur einen Baum in der ganzen Welt, worauf sie wachsen. Nun verloren die meisten Freier den Mut. Ein General aber behielt dessen genug. Und machte sich auf den Weg und kam in einen großen Wald. Und als er den hinter sich hatte, da lag eine große Heide vor ihm. Und mitten auf der Heide stand der Wunderbaum. Und er glänzte ganz prächtig. So voll goldener Äpfel war er. Kaum stand er daran, als ihm einer der goldenen Äpfel vor die Füße fiel. Den steckte er schnell in die Tasche. Aber er war nicht mit einem zufrieden. Sondern wollte ihrer mehr haben. Denn wenn man schon einmal da ist, kann man sich auch ordentlich bereichern. Und rüttelte und schüttelte. Aber es wollte keiner fallen. Dann nahm er einen Stock und wollte sich welche herunterwerfen. Aber das half auch nichts. Und er musste sich mit dem einen begnügen, den er hatte. Und zog ab. Als er nun wieder in den Wald kam, begegnete ihm ein kleines graues Männchen. Das fragte ihn. Hey, mein Freund, was hat er denn in seiner Tasche? Der General sah das Männchen einmal von der Seite an. Und erwiderte unwirsch. Einen Dreck hab ich. Da sprach das Männchen. Ist ein Dreck. Dann soll's auch ein Dreck bleiben. Und mit den Worten war es verschwunden. Als der General in die Hauptstadt kam, da machte er groß Geschrei. Dass er den goldenen Apfel habe. Und als der König das hörte, ließ er schnell eine prächtige Mahlzeit anrichten. Dabei saß der General neben der Prinzessin und meinte schon, er hätte sie. Damit hatte es aber gute Weile. Denn als ihm gegen Ende der Tafel eine große goldene Schüssel vorgehalten wurde und er den goldenen Apfel darauf legen sollte und er in die Tasche griff und den Wunderapfel herausziehen wollte, da hatte er einen Dreck in der Hand. Und der roch so übel. Dazu muss ich sagen, es war Dreck von ganz besonderer Qualität, dass die Prinzessin ohnmächtig wurde. Denn die war derartige Gerüche nicht gewohnt. Der König aber wurde ganz wütend, denn er meinte, der General hätte ihn zum Narren halten wollen. Er rief die Schildwache herein und ließ den General in das dunkelste Gefängnis werfen und ihn nur mit Wasser und Brot traktieren, was dem General lange Zeit nicht zum Besten schmecken wollte. Nun geschah es, dass ein gemeiner Soldat, der aber sehr guten Herzens war, desertierte, weil das Soldatenspielen ihm nicht gefiel und er lieber einerlei Tuch am Rocke trug als zweierlei. Zudem lebt man viel länger als Nichtsoldat und kann seine Schritte und Gedanken selbst wählen. Der kam auch, aber ganz zufällig in den großen Wald und da setzte er sich ins Gras, zog ein Stückchen Wurst und Brot aus der Tasche und schnitt es zu Scheiben und fing an, es zu verzehren. Indem er so damit beschäftigt war, trat das graue Männchen zu ihm und sprach, »Mich hungert sehr. Gib mir auch ein Stückchen Brot und ein Scheibchen Wurst.« »Von Herzen gern«, sagte der Soldat, »Schnitt eine dicke Scheibe vom dicksten Ende der Wurst ab, brach das Brot in zwei Teile und gab das größte Stück mit der Wurst dem Männchen. Da sprach das Männchen, »Ich danke dir, ich danke dir von ganzem Herzen. Und weil du so gut gegen mich warst, so will ich es auch gegen dich sein.« Und es zog einen goldenen Apfel aus dem Sack und ein Pfeifchen und gab es dem Soldaten und sprach, »Mit diesem Apfel hier kannst du dir die Königstochter erwerben, wenn du ihn dem König bringst. Und das Pfeifchen da? Na, glaube mir, das Pfeifchen wird dir auch schon gute Dienste tun.« Und fort war's. Und der Soldat wusste gar nicht, wo es hingeraten war, das kleine graue Männchen. Da hätte einer den Menschen springen sehen können. Er konnte lang seine Freude nicht Meister werden. Aber langsam kam es doch, wenn auch sehr langsam, eben wie der alte Frau das Tanzen. Sein erster Weg war natürlich zur Hauptstadt. Immerhin galt es, eine Prinzessin einzutauschen. Da ging er in das Schloss, trat vor den König und sprach, »Herr König, ich habe den goldenen Apfel, womit man die Prinzessin erwerben kann.« »Hast du den Apfel, dann behalte ihn bis zum Ende der Mahlzeit,« sprach der König und ließ schnell Gäste laden und ein Gastmahl zurichten. Und der Soldat saß neben der Prinzessin und konnte sich nicht satt sehen, weil sie so sehr schön war. Konnte aber auch gar nichts essen, denn er hatte viel zu viel Freude und hielt stets die Hand am Sack, worin der kostbare Apfel war. Denn er war bang, er könnte ihm noch gestohlen werden. Am Trinken ließ er es aber nicht fehlen. Das hatte er gelernt. Gegen das Ende der Mahlzeit brachte man ihn die goldene Schüssel. Und da griff er schnell in den Sack, zog den Apfel heraus und legte ihn auf die Schüssel, indem er sprach, »Da habt ihr ihn, da ist er.« »Ach, wie schön,« rief der König. »Und da riefen auch all die anderen.« »Ach, wie schön!« Der Soldat aber sprach, »Nun, jetzt habe ich euer Begeh erfüllt, Herr König. Nun, marsch zur Hochzeit, Jungferprinzessin.« Dazu hatte die Königstochter aber nicht sonderlich Lust. Denn der Soldat hatte so schlechte Kleider an. Und aus der Tasche guckte gar sein Stummelpfeifchen und ein Wurstzipfelchen. Also, von der Wurst, nicht? Ach, egal. Und außerdem hatte er so raue Hände und roch nach Tabak, sodass sie ein über das andere Mal ihr Riechfläschlein vor der Nase hielt. Dem König gefiel der Schwiegersohn auch nicht zum Allerbesten. Was halt oft passiert, wenn man geistlose Aufgaben zum Brauterwerb vergibt, anstelle die Bewerber besser auszusortieren. Und er meinte, es habe wohl noch Zeit, bis in einigen Tagen. Wochen vielleicht. »In Gottes Namen, wenn's nicht länger wird,« sprach der Soldat. »Ich möchte mir auch einen anderen Kittel machen lassen.« »Das ist gut,« dachte der König. »Kommt Zeit, kommt Rat.« Der König fing jetzt an nachzusinnen, wie er sich den Schwiegersohn ordentlicherweise vom Hals schaffen könne. Aber es fiel ihm kein Mittel ein. Man merkte ja schon bei der Anforderung, die er stellte, um die Hand seiner Tochter zu erhalten, dass er eher schlichten Gemüts war. Da dachte er an den General, der ihm stets mit klugen Ratschlägen zur Hand gewesen war, wenn der Schuh ihn irgendwo drückte. Und er ließ ihn alsbald aus dem Gefängnis zu holen. Und er zielte ihm alles und fragte ihn, was man dem Soldaten noch für ein schweres Stück aufgeben könnte. »Das will ich euch sagen, Herr König,« antwortete der General. »Lass den Hundert Hasen aus dem Tiergarten zusammentreiben. Die soll er hüten. Aber wenn ihm auch nur einer laufen geht, dann muss er seinen Kopf dafür lassen. Das soll keinem Tauben gesagt sein,« sprach der König, ließ den Soldaten rufen und erklärte ihm kurz und gut, dass er nicht sein Schwiegersohn werden könne, wenn er nicht Hundert Hasen drei Tage lang hüte. Darüber zog der Soldat ein Krausgesicht. Aber was half es? Das Königs Wort ist nun mal des Königs Wort. Es wurden hundert Treiber in den Tiergarten geschickt. Die mussten die Hasen auftreiben. Und der Soldat stand mit dem General und dem König am Tor des Tiergartens. Und wie ein Hase gerade heraussprang, zählte der General. Eins, zwei, drei, bis ihrer hundert waren. Da machte er das Tor zu. Und der König sprach, jetzt hast du ihrer Hundert. Wenn du sie nicht jeden Abend richtig heimführst, dann gilt es deinen Kopf. Oh weh, dachte der Soldat und griff sich an den Kopf. Er glaubte, er fühle ihn schon wackeln. Denn nicht einer von den Hasen hatte gewartet, bis die Hundert voll waren. Sondern alle waren bereits jetzt schon ins Feld und in den Wald gelaufen. Was gibst du? Was hast du? Der General lachte aber so recht falsch. Und der König hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht lachen zu müssen. Denn der Streich sei allzu gut gelungen, meinte er. Während sie in das Schloss gingen und dort ein großes Freudenmal gehalten wurde, schritt der arme Soldat traurig dem Walde zu und dachte, es sei doch recht wahr. Wer mit großen Herren Kirschen esse, den würfen sie mit den Steinen. Am Walde setzte er sich ins Gras. Da fiel ihm das Pfeifchen ein. Und er dachte, ei, jetzt will ich ein Stückchen pfeifen. Was hab ich denn von dem Kopf hängen? Und er zog das Pfeifchen aus dem Sack und pfiff lustig. Und zugleich sprangen viele tausend Hasen von allen Seiten hinzu, sodass das ganze Feld mit ihnen voll war und aussah wie ein großer, schlicht endloser Hasenpelz. Jetzt wuchs sein Mut wieder. Er zählte sich hundert Hasen ab, hieß die anderen ihres Weges laufen und machte sich einen Zeitvertreib, die hundert Hasen das Exorzieren zu lehren. Was Soldaten halt so machen, wenn sie zu viel Freizeit haben. Abends nach dem Essen saß der König mit seiner ganzen Familie vor der Tür des Schlosses, als plötzlich in der Ferne etwas laut pfiff. Er schaute hin und fragte den General, ei, was ist das denn für eine Armee, die da heranzieht? Wohl war das eine Armee? Der Soldat marschierte wie ein General voraus und die hundert Hasen in vier Abteilungen hinter ihm dreien. Jede Abteilung hatte drei Glieder, jedes von acht Hasen und einer hopfte als Offizier vor den anderen her. Alle trugen aber Stöckchen, gerade wie Gewehre und als sie vor den König kamen, da schulterten sie und präsentierten wie die besten Soldaten. Da ärgerte sich der General die Seele fast aus dem Leibe, aber er dachte bei sich, halt, ich krieg dich doch. Er tröstete auch die Prinzessin, die schon wieder vor Schrecken in Ohnmacht gefallen war. Es sei ja noch nicht aller Tage Abend und er werde schon dafür sorgen, dass der Soldat morgen Abend nicht mehr alle 100 Hasen zusammen habe. Am folgenden Morgen verkleidete sich der General als Jäger, kam zu den Soldaten und fragte ihn, ob er ihm nicht einen von den Hasen verkaufen wolle. Warum nicht, sprach der Soldat, der gleich den General erkannte. Aber ich fürchte, ihr findet meinen Preis nicht sehr annehmbar. Ich bezahle dir so viel wie du willst, sagte der General. Und wenn es tausend Dukaten sind. Denn die Hasen gefallen mir nur allzu gut. Von Dukaten ist aber gar nicht die Rede, sprach der Soldat. Ich mache mir nicht viel aus Geld, aber für fünfzig Prügel ist er mir feil. In Gottes Namen, sagte der General. Und der Soldat ging hin, suchte ordentlich und schnitt sich ein junges Eichbäumchen. Und der General musste seinen Rücken entblößen und bekam fünfzig Prügel richtig gezählt und von der besten Sorte. Denn der Soldat war ein handfester Bursch. Der General biss sich auf die Lippen, zuckte und zappelte, aber es half ihm nichts. Und so hielt er es aus und tröstete sich schnell, als er seinen Hasen bekam. Kaum war er aber fünfzig schritt weg, da pfiff der Soldat sein Stückchen. Und sogleich schmiss der Hase den General vom Gaul, das ihm Hören und Sehen verging und kam wieder. Und der General konnte gefoppt nach Hause gehen. Da schickte die Prinzessin ihre Kammerjungfer weg, dass die dem Soldaten einen Hasen abschwatzte. Die kam und tat schön mit dem Soldaten und schmeichelte ihm und bat ihn, er möge ihr doch eins der Häslein verehren. Sie gefielen ihr so gut, weil sie so geschickt seien. Von verhehrend ist hier die Rede nicht, aber ihr könnt euch einen verdienen, sprach der Soldat, welcher den allzu naheliegenden Pfiff wohl merkte. Sag nur wie, ich bin Köchin und ich will euch ein gutes Essen besorgen. Ich spreche nicht von Essen, aber für 50 Prügel könnt ihr einen haben. Wenn es nicht anders ist, sprach sie ein wenig zu schnell und leichtfertig. Und der Soldat ging und schnitt sich einen Schwarzdorn stecken und nahm ihr 50 mal das Maß auf dem Rücken, dem Hintern und die Schenkel bis ihre langen Striemen wie Leuchtfeuer auflammten und ihr die Augen dabei überliefen. Dann bekam sie ihr Häslein und konnte gehen. Aber als sie kaum hundert Schritte weit war, da pfiffed der Soldat und plums lag sie auf dem geschundenen Rücken. Und das Häslein war wieder bei seinen Kameraden. Zuhause erzählte sie es ebenso wenig, wie es der General erzählt hatte, wie teuer ihr das Häschen zu stehen gekommen war, sondern nur, dass sie es verdient gehabt hätte und dass es ihr wieder fortgelaufen sei. Du hast dich ungeschickt angelegt, sagte die Prinzessin. Ich werde schon eines heim bringen. Und ich werde es nicht verschweigen. Die Kammerjungfrau freute sich durchaus ein wenig, denn sie empfand es nur als gerecht, dass nun auch ihrer Herren der Leib gebürstet würde. Diese zog sich als Wildbret Händlerin an und ging selber hin. Tat auch recht schön mit dem Soldaten und sagte ihm, sie wolle ihm viele Hirsche und Rehe geben, wenn er ihr nur einen von seinen Hasen überlassen wolle. Der Soldat aber erkannte sie auf den ersten Blick, tat jedoch nicht, als ob er etwas merke und sagte, von Tauschen ist hier nicht die Rede, aber ihr könnt euch ein Häslein verdienen. Sag nur wie, sprach die Prinzessin. Mit sieben Küssen, sprach der Soldat. Oh weh, dachte die Prinzessin, das ist sauer. Aber sie hielt doch her und der Soldat sprang bei jedem Kuss mannshoch vor Freude, während sie ein Gesicht schnitt, als ob sie Essig und Pfeffer und Wermut verschluckt hätte. Dann allerdings bekam sie Häschen und sprang vor Freude selbst wie ein Häschen, denn sie dachte, des Soldaten jetzt los zu sein. Als sie aber ihrem Vater, der ihr entgegen gekommen war, das Häschen zeigen wollte, da ging ein lauter Pfiff. Und husch! war das Häslein weg und wieder bei seiner Sippschaft. Sie hütete sich aber wohl zu erzählen, wie sie es verdient hatte. Dass dich das Mäuslein biss, fluchte der König, als er das sah. Jetzt will ich doch selber wissen, ob ich nicht einen Hasen bekommen kann. Und er verkleidete sich auch und ging auch zum Soldaten, der ihn als bald erkannte, denn er war dabei so geschickt, wie seine Gedanken schnell waren. Sind dir die Hasen feil? fragte der König. Ja, sprach der Soldat, aber ich verkaufe sie nicht. Ihr müsst sie verdienen. Gut, 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 verdienen, aber wie? fragte der König. Wenn ihr dreimal den Gaul dort am Schwanz küsst und dazwischen jedes Mal in die Faust trompetet. Wenn ihr das macht, dann schenke ich euch einen Hasen. Der König zog einen schiefen Mund, aber der Soldat sah nicht aus wie einer, der leicht seinen Willen ändert. Und somit ging der König an sein schweres Werk. Nach einer recht langen Überwindungsphase trafen seine Lippen das Ziel. Danach trompetete er, wenn auch nicht wirklich enthusiastisch. Küssen, Trompeten, Küssen, Trompeten. Und als er es vollendet, bekam er seinen Hasen, den er wohl und sicher bei den Ohren fasste und triumphierend nach Hause trug. Als er ihn aber gerade der Prinzessin zeigen wollte, scholl des Soldaten Pfeifchen. Und fort war der Has. Und der König meinte vor Ärger in die Luft zu fliegen, als der Soldat abends wieder mit seiner Armee einrückte. Er ließ darum den General holen und die beiden sannen ein neues und diesmal ein geistreich schweres Stück für den Soldaten aus. Als dieser am dritten Tage seine Armee auf die Weide führen wollte, ließ ihn der König rufen, zeigte ihm einen Sack, der war hundert Ellen lang und hundert Ellen breit und gab ihm auf, den voll Wahrheit zu machen. Wenn er das nicht könne, dann werde ihm der Kopf abgeschlagen. Wahrheiten? Wohlan, das sprach der Soldat in einem Ton, als wäre es das und fuhr dann fort, ich habe hundert Hasen bekommen, die sollt ich hüten, dass nicht eine davon springe. Ist das nicht wahr? Das ist wahr, sprach der König. Marsch in den Sack, ihr Hasen, rief der Soldat und hops, hops, sprangen die Hieslein in den Sack und der Soldat fuhr fort, als Sollte mir einen Hasen abkaufen. Das wollte ich nicht und sprach, er solle sich ihn verdienen. Und da hat er sich ihn mit fünfzig derben Prügeln verdient. Ist das nicht wahr, Herr General? Das ist gelogen, schrie der General. Aber der Soldat sprach, knüpft ihm nur den Wams los. Ihr könnt sie noch alle fünfzig zählen, denn sie hatten ihr volles Gewicht Da befahl der König, dass der General seinen Rücken zeige. Und als jeder Mann die Striemen darauf sah, da musste der General zu den Häslein ins Quartier. Der Soldat aber erzählte weiter. Dann kam ein Jungferlein zu mir, eine Köchin ihres Zeichens. Die wollte mich mit Schmeicheleien fangen und mit gutem Essen und Trinken locken. Aber ich ließ mich nicht hinters Licht führen und sie musste auch ihr Häslein verdienen. Und was wäre ich für ein Mensch, wenn ich auch dieses Mal nicht 50 Prügel als Leistung auserkoren hätte. Das war allerdings die Kammerjungfer der Prinzessin. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Ist das wahr? fragte der König. Aber die Kammerjungfer war nicht zu finden. Nun wo ist sie denn? fragte der König. Da rief sie aus dem Sack Ich bin schon hier. Es ist wahr. Es ist alles wahr. Nun weiter sprach der Soldat. Darauf nun kam eine Wildbret Händlerin. Die bot mir Hirsche und Rehe an. Aber sie sollte auch ihr Häslein verdienen. Es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. rief die Prinzessin, welche rot war, bis hinter die Ohren. Und der Soldat hielt den Sack auf und husch war sie hinein. Und jetzt weiter sprach der Soldat und der König rückte unruhig hin und her auf seinem Thron, als ob's ihm nicht recht behaglich darauf wäre. Gerade als säße er auf Nadeln, Disteln und Dornen. Daran kehrte sich der Soldat aber nicht, sondern fuhr fort. Zuletzt kam einer, der sich auch sein Häschen verdienen wollte. Aber der, der hat's kurios verdienen müssen. Ich habe ihm aufgegeben, Still, 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 rief der König. Der Sack ist ja schon ganz voll und da ist gar kein Platz mehr drin. Morgen, morgen hältst du Hochzeit. Da öffnete der Soldat den Sack und ließ alle Wahrheiten wieder heraus und am folgenden Tage hielt er Hochzeit und hatte genug zu leben. Seine Frau gewöhnte sich an die Küsse und böse Zungen sagen, sie hätte etwas von den Häschen gelernt. Über Schwarzdornstecken wird an dieser Stelle mal geschwiegen. Sein Pfeifchen und seine Armee taten noch so einige Wunderwerke. Doch das sind Erzählungen für ein anderes Lagerfeuer. Und wir enden klassisch und wie es sich gehört. Denn wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch. Lagerfeuer. Untertitelung des ZDF, 2020 Das goldene Gänseei Ein Märchlein von Helmut Wördemann Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber Es war einmal eine ganz gewöhnliche Hausgans. Die lebte mit ihrem Ganter auf einem Bauernhof und vertrog sich bestens mit dem übrigen Entenvolk. Sie legte auch brav ihre dicken Eier. Eines Tages, die Bäuerin hatte ihrer schon elf zum Ausbrüten gelassen, legte die Gans ein goldenes Ei. Ein Ei aus purem Gold, das aber genauso groß war wie die anderen Eier. Es war das Letzte, das sie vor dem Brüten legte, sodass die Bäuerin es gar nicht bemerkte. Was mag daraus wohl werden? Dachte die brütende Mutter in heimlich jubelnder Erwartung. Eine goldene Gans? Sonst sind meine kleinen Gössel ja nur gelb. Wunderbar gelb! Obwohl nun ein richtig goldenes Kindchen dabei sein wird? Die Gans brütete so sorgsam wie noch nie. Immer wieder legte sie das Gefieder aus, um alle Eier gleich warm zu halten und keinen Luftzug ins Nest eindringen zu lassen. Nach vier Wochen war es dann soweit. Das erste Junge pickte sich piepsend ein Löchlein in die Eierschale. Und als die Mutter von außen nachhalf, traf es bald daraus hervor, wie ein Held, der sein erstes, selbsterobertes Reich betritt. Zehn Geschwister folgten ihm, alle gleich, lieblich und gelb. Wo aber blieb das goldene Gössel? Die Mutter drehte ihren langen Hals neugierig ins verlassene Nest. Er schubste mit dem Schnabel die leeren Eierschalen beiseite und schnupperte an dem einzig heilgebliebenen goldenen Ei. Doch darin rührte sich nichts. Es ist tot, sagte der Ganter, der eben mit den Jungen spazieren gehen wollte. Der aber abwartend stehen geblieben und dann teilnahmsvoll hinzugetreten war. So sehr es auch glänzt und mit seinem Lichtspiel zu reden versucht, es ist tot. Komm, Frau, geh mit uns aus und lass das Gold der Bäuerin. Wir haben unsere lebendigen Kinder. Und die sind mir viel teurerer. Das ließ sich die Mutter nicht noch einmal sagen. Mit vorgestrecktem Kopf, sieghaft schnatternd, eilte sie ins langentbehrte Tageslicht. Und die Kleinen folgten ihr in goldig-fröhlichem Gänsemarsch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das hässliche Entlein Ein Märchlein von Hans-Christian Andersen Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber Es war so herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer. Das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu unten auf der grünen Wiese in Schobern aufgesetzt. Und der Storch ging auf seinen langen, roten Bein und plapperte ägyptisch. Denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt. Rings um die Äcker und die Wiesen waren große Wälder. Und mitten in den Wäldern gab es tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich draußen auf dem Lande. Mitten im Sonnenschein lag ein altes Landgut, welches von tiefen Kanielen umgeben war. Von der Mauer bis zum Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter, die so hoch waren, dass kleine Kinder unter den Höchsten sogar aufrecht stehen konnten. Es war ebenso wild darin, wie im tiefsten Walde. Hier saß eine Ente auf ihrem Neste, welche ihre Jungen ausbrütete. Aber es wurde ihr fast zu langweilig, ehe die Jungen kamen. Außerdem erhielt sie selten Besuch, denn die anderen Enten schwammen lieber in den Kanälen umher, als dass sie hinaufliefen, um mit ihr zu schnattern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Biep, 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 sagte es. Und alle Eidotter waren lebendig geworden und streckten den Kopf heraus. Rapp, 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 antwortete sie. Da rappelten sich alle, was sie konnten und sahen nach allen Seiten unter die grünen Blätter. Die Mutter ließ sie sehen, so viel sie wollten. Denn das Grüne ist gut für die Augen. Wie groß ist doch die Welt, sagten alle Jungen, da sie nun ganz anders Platz hatten als vorher, wo sie noch drinnen im Ei lagen. Glaubt ihr, dass dies die ganze Welt sei, sagte die Mutter. Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens, gerade hinein in das Pfarrersfelsch. Aber da bin ich noch nie gewesen. Ihr seid doch alle beisammen, fuhr sie fort und stand auf. Nein, ich hab nicht alle. Das größte Ei liegt noch da. Wie lange soll denn das noch dauern? Jetzt bin ich es bald überdrüssig. Und so setzte sie sich wieder. Nun, wie geht es, fragte eine alte Ente, welche gekommen war, um einen Besuch abzustatten. Es wird so lange mit dem Ein-Ei, sagte die Ente, die da saß. Es will nicht platzen. Doch zieh nur die anderen an. Sind es nicht die niedrigsten Entlein, die man je gesehen hat? Sie gleichen alle samt ihrem Vater. Der Bösewicht kommt nicht, mich zu besuchen. Lass mich das Ei sehen, welches nicht platzen will, sagte die Alte. Glaube mir, es ist ein Kalekutten-Ei. Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte meine große Sorge und Not mit den Jungen. Denn ihnen ist Spange vor dem Wasser. Ich konnte sie nicht hineinbringen. Ich rappte und schnappte, aber es half nichts. Lass mich das Ei sehen. Ah, ja, das ist ein Kalekutten-Ei. Lass es liegen und lehre lieber, die anderen Kinder schwimmen. Hm, ich will doch noch ein bisschen darauf sitzen, sagte die Ente. Habe ich nun schon so lange gesessen, so kann ich auch noch einige Tage sitzen. Ha, nachbeleben, sagte die Alte Ente und ging von dann. Endlich platzte das große Ei. Piep, 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 sagte das Junge und kroch heraus. Es war so groß und hässlich. Die Ente betrachtete es. Es ist doch ein gewaltig großes Entlein, sagte sie. Keins von den anderen sieht so aus. Sollte es doch wohl ein kalekutisches Küchlein sein? Nun, wir wollen bald dahinter kommen. In das Wasser muss es. Und wenn ich es selbst hineinstoßen muss. Am nächsten Tage war schönes und herrliches Wetter. Die Sonne schien auf alle grünen Kletten. Die Entleinmutter ging mit ihrer ganzen Familie zu dem Kanale hinunter. Platsch! Da sprang sie in das Wasser. Rap, 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 sagte sie. Und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug ihn über den Kopf zusammen. Aber sie kamen gleich wieder empor und schwammen so prächtig. Die Beine ging von selbst und alle waren sie im Wasser. Selbst das hässliche, graue Junge schwamm mit. Nein, es ist kein Kalekut, sagte sie. Sieh, wie herrlich es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält. Es ist mein eigenes Kind. Im Grunde ist es doch ganz hübsch. Wenn man es nur recht betrachtet. Rap, 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 rap. Kommt nur mit mir. Ich werde euch in die große Welt führen. Und euch im Entenhof präsentieren. Aber haltet euch immer nah bei mir, damit niemand euch trete. Und nehmt euch vor den Katzen in Acht. Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Da drinnen war ein schrecklicher Lärm. Denn da waren zwei Familien, die sich um einen Aalkopf bissen. Und am Ende bekam ihn doch die Katze. Seht, so geht es in der Welt zu, sagte die Entleinmutter und wetzte ihren Schnabel. Denn sie wollte auch den Aalkopf haben. Gebraucht nur die Beine, sagte sie. Seht, dass ihr euch rappeln könnt. Und neigt euren Hals vor der alten Ente dort. Die, müsst ihr wissen, ist die vornehmste von allen hier. Sie ist aus Spanischem geblüht. Deshalb ist sie so dick. Und seht ihr? Sie hat einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas außerordentlich Schönes und die größte Auszeichnung, welche einer Ente zuteil werden kann. Das bedeutet so viel, dass man sie nicht verlieren will. Und dass sie von Tier und Mensch erkannt werden soll. Rappelt euch, rappelt euch. Setzt die Füße nicht einwärts. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit auseinander. Gerade so wie Vater und Mutter. Seht, so. Und nun, nun neigt euren Hals und sagt, rapp. Und das taten sie. Aber die anderen Enten ringsumher betrachteten sie und sagten ganz laut, sieh da. Nun sollen wir noch den Anhang haben, als ob wir nicht schon genug wären. Und pfui. Wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir hier nicht dulden. Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. Lass es gehen, sagte die Mutter. Es tut ja niemand etwas. Ja, aber es ist zu groß und zu ungewöhnlich, sagte die beißende Ente. Und deshalb muss es gepufft werden. Es sind hübsche Kinder, welche die Mutter hat, sagte die alte Ente mit dem Lappen um das Bein. Alles schön, bis auf das eine. Das ist nicht geglückt. Ich möchte, dass sie es umarbeiten könnte. Das geht nicht, ihre Gnaden, sagte die Entleinmutter. Es ist vielleicht nicht hübsch, aber es hat ein innerliches Gemüt und schwimmt so herrlich wie eines von den anderen. Ja, ich darf sogar sagen, noch etwas besser. Ich denke, es wird hübsch heranwachsen und mit der Zeit etwas kleiner werden. Wisst ihr, es hat zu lange in dem Ei gelegen und deshalb nicht die rechte Gestalt bekommen. Und so zupfte sie es im Nacken und glättete das Gefieder. Es ist überdies ein Entrich, sagte sie. Und darum macht es nicht so viel aus. Ich denke, er wird gute Kräfte bekommen. Der schlägt sich schon durch. Die anderen Entlein sind niedlich, sagte die alte. Tut nun, als ob ihr zu Hause wäret und findet ihr einen Aalkopf. So könnt ihr mir hinbringen. Und so waren sie wieder zu Hause. Aber das arme Entlein, welches zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so hässlich aussah, wurde gebissen, gestoßen und zum Besten gehalten. Und das sowohl von den Enten wie von den Hühnern. Es ist zu groß, sagten alle. Und der kalekutische Hahn, welcher mit Sporen zur Welt gekommen war und deshalb glaubte, dass er Kaiser sei, blies sich auf wie ein Fahrzeug mit allen Segeln, ging gerade auf dasselbe los und dann kollerte er und wurde ganz rot im Kopf. Das arme Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte. Es war so betrübt, weil es so hässlich aussah und vom ganzen Entenhof verspottet wurde. So ging es den ganzen ersten Tag. Und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt. Selbst seine Schwestern waren so böse gegen es und sagten immer, wenn die Katze dich nur fangen möchte, du hässliches Geschöpf. Und die Mutter sagte, wenn du nur weit fortfährst. Und die Enten bissen es und die Hühner schlugen es und das Mädchen, welches die Tiere füttern sollte, stieß mit den Füßen danach. Da lief es und flog über den Zaun. Die kleinen Vögel in den Büschen flogen erschrocken auf. Das geschieht, weil ich so hässlich bin, dachte das Entlein und schloss die Augen. Lief aber gleichwohl weiter. So kam es hinaus zu dem großen Moor, wo die wilden Enten wohnen. Hier lag es die ganze Nacht. Es war so müde und so kummervoll. Am Morgen flogen die wilden Enten auf und sie betrachteten den neun Kameraden. Was bist du denn für einer? fragten sie und das Entlein wendete sich nach allen Seiten und grüßte so gut es konnte. Du bist ja außerordentlich hässlich, sagten die wilden Entleinen. Aber das kann uns eigentlich gleich sein. Wenn du nur nicht in unsere Familie hinein heiratest. Das Arme. Es dachte wahrlich nicht daran, sich zu verheiraten. Wenn es nur die Erlaubnis erhalten konnte, im Schilfe zu liegen und etwas Moorwasser zu trinken. So lag es zwei ganze Tage. Da kamen zwei wilde Gänse oder richtiger wilde Gänseriche dorthin. Es war noch nicht lange her, dass sie aus dem Ei gekrochen waren. Und deshalb waren sie auch so keck. Höre, Kamerad, sagten sie. Du bist so hässlich, dass wir dich gut leiden können. Willst du mitziehen und Zugvogel werden? Hier nahebei, in einem anderen Moore, gibt es einige süße, liebliche Gänse. Lauter Fräulein, die alle Rapp, sagen können. Du bist imstande, dein Glück zu machen, so hässlich du auch bist. Piff, Paff, ertönte es eben und beide wilden Gänse fielen tot in das Schilf nieder und das Wasser wurde blutrot. Piff, Paff, erscholl es wieder und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilfe auf. Und dann knallte es abermals. Es war große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Moor herum, ja, einige saßen oben in den Baumzweigen, welche sich weit über das Schilfrohr hinstreckten. Der blaue Damm zog gleich Wolken in die dunklen Bäume hinein und weit über das Wasser hin. Zum Moore kamen die Jagdhunde. Platsch, Platsch! Das Schilf und das Rohr neigten sich nach allen Seiten. Das war ein Schrecken für das arme Entlein. Es wendete den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken. Aber in demselben Augenblicke stand ein fürchterlich großer Hund dicht bei dem Entlein. Die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus und die Augen leuchteten gräulich hässlich. Er streckte seinen Rachen gerade dem Entlein entgegen, zeigte ihm die scharfen Zähne und Platsch, Platsch! ging er wieder, ohne es zu packen. Oh Gott sei Dank! seufte das Entlein. Ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag. Und so lag es ganz still, während die Schrotkörner durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst spät am Tage wurde es stille, aber das arme Junge wagte es noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah, und dann eilte es fort aus dem Moore, so schnell es konnte. Es lief über Feld und Wiese. Da tobte ein solcher Sturm, dass es ihm schwer wurde, von der Stelle zu kommen. Gegen Abend erreichte es eine arme, kleine Bauernhütte. Die war so baufällig, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie fallen sollte. Und darum blieb sie stehen. Der Sturm umsauste das Entlein so, dass es sich niedersetzen musste, um sich dagegen zu stemmen. Und es wurde schlimmer und schlimmer. Da bemerkte es, dass die Tür aus der einen Angel gegangen war und so schief hing, dass es durch die Spalte in die Stube hineinschlupfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Und der Kater, welchen sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und schnurren. Er sprühte sogar Funken. Aber dann musste man ihn gegen die Haare streichen. Die Henne hatte ganz kleine niedrige Beine und deshalb wurde sie Küchelchen-Kurzbein genannt. Sie legte gute Eier und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein und der Kater begann zu schnurren und die Henne zu glucken. Was ist das? sagte die Frau und sah ringsum. Aber sie sah nicht gut und so glaubte sie, dass das Entlein eine fette Ente sei, die sich verirrt hatte. Das ist ja ein seltener Fang, sagte sie. Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Ente-Rich ist. Das müssen wir erproben. Und so wurde das Entlein für drei Wochen auf Probe angenommen. Aber Überraschung es kamen keine Eier und der Kater war Herr im Hause und die Henne war die Dame und immer sagten sie wir und die Welt denn sie glaubten, dass sie die Hälfte seien und zwar die bei weitem beste Hälfte. Das Entlein glaubte, dass man auch eine andere Meinung haben könne. Aber das litt die Henne nicht. Kannst du Eier legen? fragte sie. Nein. Nun, dann wirst du die Güte haben zu schweigen. Und der Kater fragte, kannst du einen Krummbuckel machen, schnurren und Funken sprühen? Nein. So darfst du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute sprechen. Und das Entlein saß im Winkel und war bei schlechter Laune. Da fielen die frische Luft und der Sonnenschein herein. Es bekam solche sonderbare Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es nicht unterlassen konnte, dies der Henne zu sagen. Was fällt dir ein? fragte die. Du hast nichts zu tun, deshalb fängst du grillen. Lege Eier oder schnurre, so gehen sie vorüber. Aber es ist so schön, auf dem Wasser zu schwimmen, sagte das Entlein. So herrlich, auf den Grund niederzutauchen. Ja, das ist wohl ein großes Vergnügen, sagte die Henne. Du bist wohl verrückt geworden. Frage den Kater danach. Er ist das klügste Geschöpf, das ich kenne, ob er es liebt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen. Ich will nicht von mir sprechen. Frage selbst unsere Herrschaft, die alte Frau. Klüger als sie ist niemand auf der Welt. Glaubst du, dass die Lust hat, zu schwimmen und das Wasser über den Kopf zusammenschlagen zu lassen? Ihr versteht mich nicht, sagte das Entlein. Wir verstehen dich nicht? Wer soll dich denn verstehen können? Du willst doch wohl nicht klüger sein wollen als der Kater und die Frau. Von mir will ich erst gar nicht reden. Bilde dir nichts ein, Kind und danke deinem Schöpfer für all das Gute, das man dir erwiesen. Bist du etwa nicht in eine warme Stube gekommen und hast eine Gesellschaft, von der du etwas profitieren kannst? Aber du bist ein Schwätzer und es nicht erfreulich, mit dir umzugehen. Mir kannst du glauben. Ich meine es gut mit dir. Ich sage dir Unannehmlichkeiten. Und daran kann man seine wahren Freunde erkennen. Jawohl. Sieh du nur zu, dass du Eier legst oder schnurren und Funken sprühen lernst. Ich glaube, ich glaube, ich gehe hinaus in die weite Welt, sagte das Entlein. Ja, tu das, sagte die Henne und das Entlein ging. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter, aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit übersehen. Nun wurde es Herbst. Die Blätter im Walde wurden gelb und braun. Der Wind fasste sie so, dass sie umher tanzten und oben in der Luft war es sehr kalt. Wolken hingen schwer mit Hagel und Schneeflocken und auf dem Zaun stand der Rabe und schrie vor lauter Kälte. Es fror einen schon, wenn man nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut. Eines Abends, die Sonne ging so schön unter, kam ein ganzer Schwarm, herrlicher, großer Vögel aus dem Busch. Das Entlein hatte noch nie so Schöne gesehen. Sie waren ganz blendend weiß, mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne. Sie stießen einen ganz eigentümlichen Ton aus, breiteten ihre prächtigen, langen Flügel aus und zogen von der kalten gegen fort. Nach wärmeren Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen so hoch und dem hässlichen jungen Entlein wurde so sonderbar zumute. Es drehte sich im Wasser wie ein Rad rundherum, streckte den Hals hoch in die Luft nach ihnen aus und stieß einen so lauten und sonderbaren Schrei aus, dass es sich selbst davor fürchtete. Oh, es konnte die schönen, glücklichen Vögel nicht vergessen und sobald es sie nicht mehr erblickte, tauchte es gerade bis auf den Grund. Als es wieder heraufkam, war es ganz außer sich. Es wusste nicht, wie die Vögel hießen und auch nicht, wohin sie flögen. Aber doch war es ihnen gut, wie nie jemand zuvor. Es beneidete sie durchaus nicht. Wie konnte es ihm einfallen, sich solche Lieblichkeit zu wünschen? Es wäre schon froh gewesen, wenn die Enten es nur unter sich geduldet hätten. Das arme, hässliche Tier. Und der Winter wurde so kalt, so kalt. Das Entlein musste im Wasser umherschwimmen, um das völlige Zufrieren desselben zu verhindern. Aber in jeder Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Es fror, so, dass es in der Eisdecke knackte. Das Entlein musste fortwährend die Beine gebrauchen, damit das Loch sich nicht schloss. Zuletzt wurde es matt, lag ganz still und fror so im Eise fest. Des Morgens früh kam ein Bauer. Da er dies sah, ging er hin, schlug mit seinem Holzschuh das Eis in Stöcke und trug das Entlein heim zu seiner Frau. Da lebte es wieder auf. Die Kinder wollten mit ihm spielen, aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm etwas zu Leide tun und fuhr in der Angst gerade in den Milchnapf hinein, sodass die Milch in die Stube spritzte. Die Frau schlug die Hände zusammen, worauf es in das Butterfass, dann hinunter in die Mehltonne und wieder herausflog. Wie sah das aus? Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange danach. Die Kinder rannten einander über den Haufen, um das Entlein zu fangen. Sie lachten und schrien. Gut war es, dass die Tür offen stand und es zwischen den Reiser in den frisch gefallenen Schnee schlüpfen konnte. Da lag es, ganz ermattet. Aber all die Not und das Elend welche das hässliche Entlein in dem harten Winter erdulden musste, zu erzählen, würde zu trübe sein. Es lag im Moore zwischen dem Schilfe, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lärchen sangen. Es war herrlicher Frühling. Da konnte auf einmal das Entlein seine Flügel schwingen. Sie brausten stärker als früher und trugen es kräftig davon. Und ehe dasselbe es recht wusste, befand es sich in einem großen Garten, wo die Apfelbäume in der Blüte standen, wo der Flieder duftete und seine langen, grünen Zweige bis zu den gekrümmten Kanälen hinunterneigte. Oh, hier war es so schön, so frühlingsfrisch. Und vorn aus dem Dickicht kamen drei prächtige weiße Schwäne. Sie brausten mit den Federn und schwammen so leicht über dem Wasser. Das Entlein kannte die prächtigen Tiere und wurde von einer eigentümlichen Traurigkeit befangen. Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln. Sie werden mich totschlagen, weil ich, der ich so hässlich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber das ist egal. Besser von ihnen getötet werden, als von den Enten gezwackt, von den Hühnern geschlagen, von dem Mädchen, welches den Hühnerhof hütet, gestoßen zu werden und im Winter Hunger zu leiden. Und es flog hinaus in das Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen. Diese erblickten es und schossen mit brausenden Federn auf dasselbe los. Tötet mich nur, sagte das arme Tier, neigte seinen Kopf der Wasserfläche zu und erwartete den Tod. Aber was erblickte es in dem klaren Wasser. Es sah sein Bild unter sich, dass kein plumper Vogel mehr, hässlich und garstig, sondern selbst ein Schwan war. Es schadet nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Es fühlte sich ordentlich erfreut über all die Not und die Drangsale, welches er leiden musste. Nun erkannte es erst recht sein Glück an all der Herrlichkeit, die es begrüßte. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit den Schnabeln. In den Garten kamen einige Kleinkinder. Sie warfen Brot und Korn in das Wasser und das Kleinste rief, da ist ein Neuer. Und die anderen Kinder jubelten mit, ja, es ist ein Neuer angekommen. Und sie klatschten mit den Händen und tanzten umher, liefen zu dem Vater und der Mutter und es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen und sie sagten alle, der Neue ist der Schönste, so jung und so prächtig. Und die alten Schwäne neigten sich vor ihm. Da fühlte er sich so beschämt und steckte den Kopf unter seine Flügel. Er wusste selbst nicht, womit er beginnen sollte. Er war überglücklich, aber durchaus nicht stolz, denn ein gutes Herz wird nie stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war und hörte nun alle sagen, dass er der Schönste aller schönen Vögel sei. Selbst der Flieder bog sich mit den Zweigen geradezu ihm in das Wasser hinunter und die Sonne schien so warm und so mild. Da brausten seine Federn, der schlanke Hals hob sich und aus vollem Herzen jubelte er. So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war. das Herz schläge ist. So viel Glück ist es so viel Glück Peter Hase Eine Geschichte von Beatrix Potter Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber Es waren einmal vier kleine Hasen. Die hießen Flopsy, Mopsy, Baumwollschwänzchen und Peter. Sie wohnten mit ihrer Mutter unter einer Sandgrube unter der Wurzel einer sehr großen Tanne. Nun, meine Lieben, sagte die alte Frau Hase eines Morgens, ihr dürft auf die Felder oder auf den Waldweg hinuntergehen. Aber nicht in den Garten von Herrn McGregor. Euer Vater hat dort einen Unfall gehabt. Der wurde von Frau McGregor in einen Kuchen gesteckt. Und jetzt ab mit euch und macht keinen Unsinn. Ich gehe nach draußen. Da nahm die alte Frau Hase einen Korb und ihren Schirm und ging durch den Wald zum Bäcker. Sie kaufte einen Leib Schwarzbrot und fünf Rosinenbrötchen. Flopsy, Mopsy und Baumwollschwänzchen waren gute kleine Häschen und gingen den Waldweg hinunter, um Brombieren zu sammeln. Aber Peter war sehr frech und rannte sofort in den Garten von Herrn McGregor und zwängte sich unter dem Tor durch. Zuerst aß er ein wenig Salat und ein paar Bohnen und danach ein paar Rettiche. Und dann, als es ihm ziemlich schlecht wurde, ging er los, um etwas Petersilie zu suchen. Aber wen sollte er am Ende des Gurkenbeetes treffen? Außer Herrn McGregor. Herr McGregor war auf Händen und Knien dabei, jungen Kohl auszupflanzen. Aber er sprang auf und rannte hinter Peter her, schwenkte die Hake und schrie. Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Peter erschrak zutiefst. Er rannte durch den ganzen Garten, denn er vergaß den Weg zurück zum Tor. Er verlor einen seiner Schuhe zwischen den Kohlen und den anderen zwischen den Kartoffeln. Nachdem er sie verloren hatte, lief er auf vier Beinen und wurde schneller. So dass ich glaube, er wäre davongekommen, wenn er nicht unglücklicherweise in ein Stachelbärnetz gerannt und an den großen Knöpfen seiner Jacke hängen geblieben wäre. Es war eine blaue Jacke mit Messingknöpfen. Ganz neu! Peter glaubte sich verloren und vergoss große Tränen. Aber sein Schluchzen wurde von einem freundlichen Spatzen gehört. Die in großer Aufregung zu ihm flogen und ihn anflähten, sich zu bemühen. Herr McGregor kam mit einem Sieb, welches er Peter über den Kopf stülpen wollte. Aber Peter schlängelte sich gerade noch rechtzeitig heraus und ließ seine Jacke zurück. Er stürzte in den Werkzeugschuppen und sprang in eine Dose. Das wäre ein schönes Versteck gewesen, wenn nicht so viel Wasser darin gewesen wäre. Herr McGregor war sich ziemlich sicher, dass Peter irgendwo im Werkzeugschuppen war. Vielleicht versteckt er sich unter einem Blumentopf. Er begann sie vorsichtig umzudrehen und unter jeden zu schauen. Plötzlich nieste Peter. Hatschi! Herr McGregor war in kürzester Zeit hinter ihm her und versuchte seinen Fuß auf Peter zu setzen. Der allerdings aus dem Fenster sprang und dabei drei Pflanzen umwarf. Das Fenster war zu klein für Herrn McGregor und er hatte es satt, Peter hinterher zu laufen. Er ging zurück an seine Arbeit. Peter setzte sich hin, um sich auszuruhen. Er war außer Atem und zitterte vor Angst und er hatte nicht die geringste Ahnung, in welche Richtung er gehen sollte. Außerdem war er sehr nass, vom Sitzen in der Dose. Nach einiger Zeit begann er herumzulaufen. Er ging lippisch läppisch, nicht sehr schnell und sah sich überall um. Er fand eine Tür in eine Wand, aber sie war verschlossen. Und es gab keinen Platz für ein dickes, kleines Kaninchen, um sich darunter durchzuquetschen. Eine alte Maus lief über die steinernde Türschwelle ein und aus und trug Erbsen und Bohnen zu ihrer Familie im Wald. Peter fragte sie nach dem Weg zum Tor, aber sie hatte eine so große Erbse im Mund, dass sie nicht antworten konnte. Sie schüttelte nur den Kopf zu ihm. Peter begann zu weinen. Dann versuchte er, den Weg quer durch den Garten zu finden. Aber er wurde immer verwirrter. Irgendwann kam er zu einem Teich, in dem Herr McGregor seinen Wasserkanister füllte. Eine weiße Katze starrte auf einige Goldfische. Sie saß sehr, sehr still. Aber ab und zu zuckte die Spitze ihres Schwanzes, als ob sie lebendig wäre. Peter dachte, dass es das Beste sei, wegzugehen, ohne mit ihr zu sprechen. Er hatte von seinem Cousin, dem kleinen Benjamin, von Katzen gehört. Denen, denen kann man nicht vertrauen. Er ging zurück in Richtung Werkzeugschuppen. Aber plötzlich hörte er ganz in seiner Nähe das Geräusch einer Hake. Kratz, 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 Peter kroch unter die Büsche. Als aber nichts geschah, kam er wieder heraus, kletterte auf eine Schubkarre und sperrte hinüber. Das erste, was er sah, war Herr McGregor, der Zwiebeln hakte. Sein Rücken war Peter zugewandt. Und hinter ihm war das Tor. Peter stieg ganz leise von der Schubkarre ab. Rannte so schnell er konnte einen geraden Weg hinter einen Johannesbusch entlang. Herr McGregor sah ihn an der Ecke. Aber Peter kümmerte sich nicht darum. Er schlüpfte unter dem Tor hindurch und war schließlich im Wald. Außerhalb des Gartens in Sicherheit. Herr McGregor hängte das kleine Jäckchen und die Schuhe als Vogelscheuche auf, um die Amseln zu erschrecken. Peter allerdings hörte nicht auf zu rennen und schaute auch nicht hinter sich, bis er zu der großen Tanne zurückkam. Er war so müde, dass er auf den schönen, weichen Sand auf dem Boden des Kaninchenbaus fiel und seine Augen schloss. Seine Mutter war mit dem Kochen beschäftigt. Sie fragte sich, was er mit seinen Kleidern gemacht hätte. Es war schon das zweite Jäckchen und das zweite Paar Schuhe, das Peter innerhalb von 14 Tagen verloren hatte. Leider ging es Peter an diesem Abend nicht sehr gut. Seine Mutter brachte ihn ins Bett und kochte Kamillentee. Sie gab Peter eine Kanne davon. Einen Esslöffel davon sollte er vor dem Schlafengehen einnehmen. Aber Flopsy, Mopsi und Baumwollschwänzchen hatten Brot, Milch und Brombeeren zu Abendessen. Stumpfschwänzchen Brot, Milch und Baumwollschwänzchen und Samtfschwänzchen Ein Märchlein von Else Uhl Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber Papa Osterhase saß am Frühstückstisch, der aus einem großen Pilz bestand. Er trank aus einer Nussschalentasse süßen, klaren Baumsaft, den Mama Osterhäsin sorgsam durch ein zerlöchertes Blatt gesiebt hatte und verzehrte dazu eine prächtige Kohlblattschnitte, dick mit goldenem Harz bestrichen. Das schmeckte ihm so schön wie den Menschen, ein süßes Honigbrot. Trotzdem war er heute sehr ärgerlich. Er paffte große Rauchwolken aus seiner langen Holunderpfeife und studierte eifrig durch seine große Hornbrille die neuste Hasenzeitung. Es war doch unglaublich, was sich die Menschen auf der Erde jetzt alles herausnahmen. Hier stand es wieder, mit großen, schwarzen Buchstaben. Hierdurch, alle lieben Hasen, Verwandten und Freunden, die traurige Mitteilung, dass unser lieber Gatte, Vater, Großvater, Bruder und Onkel, Langohr, im vierten Lebensjahre auf einer Geschäftsreise von bösen Menschen erschossen worden ist. Im Namen der Hinterbliebenen, die trauernde Hasengattin Auguste Langohr. Papa Osterhase zog das rot- und weißgewürfelte Taschentuch aus der Tasche seines braunen Plüschschlafrocks und wischte sich eine große Träne aus den glänzenden, schwarzen Augen. Schwermütig nickte er mit dem Kopf. Wieder ein guter Freund dahingegang, den schlechten Menschen zum Opfer gefallen. Und noch dazu während der Schonzeit. Es war doch unerhört! Er trat in die nebenliegende Kinderstube. Hier war seine liebe Frau gerade damit beschäftigt, samt Fältchen, dem jüngsten Töchterchen, die glänzenden, braunen Haare zu bürsten und ihr ein hellblaues Schleifchen hinein zu flechten. Stumpfschwänzchen, das ältere Söhnchen, saß an seinem Kindertischlein, auf dem große und kleine Ostereier viele Hunderte ausgebreitet waren. In seinem rechten Fötchen hielt er ein Pinsel. Vor ihm standen blaue, rote, gelbe, grüne, silberne und goldene Farbentöpfchen. Daraus pinselte er lustig unter Aufsicht seiner lieben Hasenmama all die hübschen Ostereier an. Es war 14 Tage vor dem Osterfeste. Da musste man sich heranhalten. »Stumpfschwänzchen«, sprach der eintretende Vater ernst und strich dem Sohne über den kurzgeschorenen Kopf. »Du kannst deine Arbeit einstellen. Wir bringen dies Jahr den Menschen keine Ostereier.« »Aber Vater«, entsetzt blickte Stumpfschwänzchen auf den sonst so gütigen Hasenpapa. »Aber Mann«, sagte die Osterhäsin vorwurfsvoll und ziepte vor Erregung Samtfällchen so sehr, dass es laut aufschrie. »Aber Mann, was ist denn in dich gefahren? Warum denn mit einem Male in diesem Jahre nicht?« »Die Menschen verdienen es nicht«, sprach der Osterhase und lief aufgeregt im Zimmer auf und nieder. »Sie jagen und hetzen unser Hasenvolk, wo sie nur können, verwunden uns oder schießen uns sogar mausetot. Den guten Onkel Langohr hat gestern ein Bösewicht erschossen. Hier steht's!« Er warf die Zeitung wütend auf die bunten Ostereier. »Seinen schönen warmen Pelz haben die rohen Menschen ihm ausgezogen und haben ihn so in der Eiskälte die ganze Nacht lang aus dem Fenster gehängt. »Dann haben sie ihn auf glühendes Feuer gelegt und dann«, seine Stimme brach im heftigen Schluchzen, »dann haben sie ihn verspeist.« Wieder zog er sein Taschentuch heraus und schnäuzte sich dreimal. Auch die Osterhäseln wischte sich die Augen mit den Zipfel ihrer blauen Küchenschürze. Und selbst die beiden Kleinen weinten dem guten Onkel Langohr, der immer so lustig mit ihnen herumgesprungen war, eine Träne nach. Der Vater fasste sich zuerst wieder. »Nein«, sprach er, »diesmal sollen die Menschen leer ausgehen. Kein einziges Osterei kriegen sie dieses Jahr. Vielleicht lernen sie uns dann mehr schätzen.« Betrübt schlichen Stumpfschwänzchen und Samtfällchen in ihren Spielwinkel. Sie wussten, wenn der Vater einmal etwas gesagt hatte, waren nicht daran zu rütteln. Sie waren sehr traurig. Das ganze Jahr lang freuten sie sich auf den Ostersonntag, wo sie auf die Erde herauf durften, um all ihren guten Freunden, dem krausköpfigen Hans, dem lustigen Karl, dem blonden Mariechen, dem braunäugigen Klärchen, dem langzöpfigen Lieschen und wie sie alle hießen, ihre kleinen Freunde dort oben auf der Erde, die schönen, bunten Ostereier zu verstecken. Und nun? Nun war es diesmal nichts mit der geträumten Herrlichkeit. »Wie wär's, Schwesterchen?«, sprach Stumpfschwänzchen, »wenn wir den Gefatter Maulwurf beten, den Vater umzustimmen. Der Vater gibt viel auf sein Wort.« »Aber, Stumpfschwänzchen, der Gefatter Maulwurf darf doch nicht ausgehen. Du weißt doch, eine große Erdscholle ist ihm auf das rechte Hinterbein gefallen. Er liegt zu Hause und macht kalte Umschläge,« antwortete Samtfällchen. »Hä, stimmt. Vielleicht die gute Tante Kaninchen,« meinte das Brüderchen wieder. »Vater besucht sie gern. Sie versteht es ganz besonders, zarten Kohl zu kochen. Tante Kaninchen hat immer so wenig Zeit. Sie hat doch jetzt wieder sechs kleine Babys. Ah, aber ich hab's. Ich weiß, wer uns helfen kann.« Samtfällchen neigte das kleine Schnäuzchen dicht zu Stumpfschwänzchens langem Ohr. Der sperrte beide Löffel, so heißen die Ohren der Hasen, weit auf. »Wir wollen die schönen Osterblumen suchen, die lichten Blumenelflein, die immer am Ostersonntag mit uns zusammen zur Erde emporsteigen. Sie sollen den Vater bitten, dass wir auch in diesem Jahr mit ihnen ziehen dürfen.« »Ja,« sprach auch Stumpfschwänzchen erfreut. »Wir bitten die weiße Schneeglöckchen-Elfe, das blaue Waldfällchen-Elflein, das samtweiche Blütenkätzchen, eine Mohne, Kokos und Priemeln uns zu helfen.« »Heute Nachmittag,« flüsterte Samtfällchen ganz leise, »hat Vater mit dem Onkel Nagelzahn und Hasenfuß seine Skatpartie. Mutter ist in ihrem Nähverein für arme Hasenkinder. Da können wir ganz heimlich zur Erde heraufsteigen.« Gesagt, getan. Am Nachmittag, als die Eltern fort waren, zog Brüderchen seinen braunen Winterpaletteau an, setzte das Pelzmützchen keck aufs Ohr. Schwesterchen schlüpfte in das Samtmützelchen und setzte das braune Käppchen auf. Stumpfschwänzchen nahm einen ausgehöhlten Pilz, den großen Familienregenschirm, in die Pfote und Samtfällchen hing einen kleinen Pompadour mit einem Stück trockener Baumrinde und zwei getrockneten Kohlblättern vom Wintervorrat als Wegzerrung an das rechte Vorderpfötchen. Vorsichtig stiegen sie die knorrige Wurzeltreppe der alten Eiche, unter der ihre Hasenwohnung lag, herauf zur Erde. Ein kalter, rauer Wind schlug den beiden Hasenkindern auf der Erde entgegen. Der Schnee wirbelte in großen Flocken. »Mein schönes neues Mäntelchen!« klagte Samtfällchen. »Und ach, hätte ich nur meine Gummischuhe an!« Sie schmiegte sich dicht an das Brüderchen, das mutig den großen Regenschirm aufspannte. »Das hilft nun nichts mehr!« meinte das ältere Stumpfschwänzchen tröstend. »Wir müssen tief, tief in den Wald. Da wohnen die Osterblumenelflein. Im Wald kann der kastige Wind nicht so blasen.« Und sie jagten auf schnellen Läufen, so heißen die Hasenbeinchen, hinein in den dunklen Wald. Hier war es noch recht winterlich. Kein grünes Blättchen an den Bäumen. Tannen und Fichten hatten noch den weißen Schneepelz an. Kein grüner, weicher Moosteppich. Stumpfschwänzchen und Samtfällchen versanken bis über die Knöchel in den tiefen Schnee. Vergebens spähten sie nach den leuchtenden Osterblumen. Die zarten Blumenelflein hielten noch tief in der Erde unter dem weichen Schneebettchen ihren Winterschlaf. Kreuz und quer liefen die Osterhasenkinder. Schließlich sank Samtfällchen ermattet unter einer großen Fichte nieder. »Ich, ich, ich kann nicht mehr«, jammerte sie. »Mein rechtes Ohr und ein linkes Hinterpötchen sind ganz erfroren.« Stumpfschwänzchen rieb das Ohr und das erstarrte Beinchen des Schwesterchens, bis es wieder ganz warm war. Auch es hatte von der eisigen Kälte ein ganz rotes Näschen. »Wir können heute nicht mehr weiter«, sagte Brüderchen traurig. »Gleich ist es dunkle Nacht. Wir müssen hier übernachten. Mich hungert auch«, sprach Samtfällchen, öffnete den Pompadour und teilte mit Stumpfschwänzchen das trockene Rindenbrot. Die Kohlblätter hoben sie für den anderen Tag auf. »Ob wir die große Fichte bitten, uns ein Nachtlager zu gewähren, damit wir auf dem kalten Schneeboden nicht erfrieren?«, flüsterte Brüderchen dem Schwesterchen zu. Dieses nickte. Und beide Häschen erzählten der Fichte, dass sie sich verirrt hatten und baten sie um einen Unterschlupf. Die Fichte neigte freundlich ihren schlanken Wipfel, öffnete ein kleines Borkentürchen in ihren Stamme und Stumpfschwänzchen und Samtfällchen krochen in die kleine Baumhöhle. Hier war es wenigstens warm. Der arge Wind und der böse Schnee konnten nicht herein. Brüderchen und Schwesterchen sprachen ihr Abendgebet und schliefen sanft ein. Das heißt, mit großen, offenen Augen. Hasen schlafen immer mit offenen Augen. Am nächsten Morgen bedanken sie sich gar schön bei der freundlichen alten Fichte und machten sich wieder auf die Suche. Jetzt kamen sie aus dem Wald heraus, an große, breite Felder. In der Mitte der Felder lagen viele kleine Häuschen und Hütchen. Grauer Dampf stieg aus den Schornsteinen lustig empor. Hier wohnen Menschen, sagte Samtfällchen furchtsam. Ach, dass es uns nur nicht so geht wie dem guten Onkel Langohr, sprach auch Stumpfschwänzchen ängstlich. Aber noch hatte er nicht ausgesprochen, da gab es einen lauten Knall. Piff, paff! Stumpfschwänzchen stieß einen gellenden Schrei aus und beide Häschen jagten so schnell sie nur konnten zurück in den Wald. Der böse Mensch, ein Wilddieb, konnte ihm nicht so rasch folgen. Brüderchen und Schwesterchen entkam ihm. Aber laut jammernd warf sich Stumpfschwänzchen im Walde nieder. Ich komme nicht mehr weiter, schluchzte er. Der böse Mensch hat mich getroffen. Mein linkes Beinchen ist ganz zerschossen. Ich habe solche Schmerzen, wenn ich nur nicht sterben muss. Er weinte bitterlich und Samtfällchen weinte mit dem Brüderchen. Wieder schleppte er sich einige Schritte und zog das zerschossene Beinchen nach. Eine rote Blutspur wurde auf dem weißen Schnee sichtbar. Laut schrie Samtfällchen auf, als sie das rote Blut sah. Da stand plötzlich ein Mensch, ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen und strahlenden Blauaugen vor dem entsetzten Osterhäschen. Sie hatte den Schrei im Forsthaus, wo sie wohnte, gehört und war hinausgelaufen, um zu sehen, was es gäbe. Mit einem furchtsamen Satz sprang Samtfällchen hinter den nächsten Baum und blickte mit ängstlichen Augen hervor, ob dem Brüderchen auch kein Leids geschehe. Mitleidig beugte sich das kleine Mädchen zu dem zitternden Stummschwänzchen herab. Du armes Tierchen, sagte sie, sein weiches Fell streichelnd. Du bist dir verwundet. Ein böser Mann hat dich in der Schonzeit angeschossen. Fürchte dich nicht, Häschen. Ich will dich mit nach Hause nehmen und dich pflegen, bis du wieder ganz gesund herumspringen kannst. Sie wusch die tiefe Wunde mit weichem Schnee aus, band ihr Taschentuch darüber, knöpfte ihr Schürzchen ab und bettete das vor Schmerzen und Angst halb ohnmächtige Stumpfschwänzchen sanft hinein. Dann nahm sie ihn auf die Arme und trug ihn geschwind heim ins Forsthaus. Scheu schlicht Samtfällchen hinterher. Sie musste doch sehen, was aus ihrem Brüderchen wurde. Das kleine Mädchen trug Stumpfschwänzchen in den warmen Kaminchenstall, machte ihm aus altem Laub ein weiches Lager zurecht, stellte ein Näpfchen klares, frisches Wasser und einige Blättchen schönen Winterkohl an sein Bettchen und kraulte liebkosend seine langen Ohren. Das alles konnte Samtfällchen durch eine schmale Ritze zwischen den Holzlatten mit ansehen. Beruhigt ließ sie Stumpfschwänzchen bei dem kleinen Mädchen und lief geschwind heimwärts um den lieben Haseneltern, die sich gewiss schon sehr um sie bangten, von Brüderchens Verwundung und dem mitleidigen London-Fürsterkinde zu erzählen. Nach längerem Herumirren langte sie endlich an der Wurzeltreppe ihrer Hasenwohnung an. Der Osterhase und seine liebe Frau waren sehr in Sorge um ihre Kinderchen. Papa Osterhase hatte bei allen Verwandten und Bekannten Nachfrage gehalten. Der schönste Kohl schmeckte ihm nicht mehr, seitdem seine beiden Kinder verschwunden waren. Mama Osterhase weinte den ganzen Tag nach ihren verlorenen Lieblingen. Abends saßen sie traurig und einsam auf dem Moossofa. Der Osterhase hatte seine Pfeife ausgehen lassen und die Osterhase ließ die fleißigen Pfoten mit dem Strickstrumpf in den Schoß sinken. Betrübt dachten sie daran, ob ihre Kinderchen überhaupt noch am Leben wären. Da schlug plötzlich ein bekanntes, helles Stimmchen an ihr Ohr. Guten Abend, lieber Vater. Guten Abend, liebe Mutter. Samtfällchen sprang zu Tür herein und beglückt schlossen die Eltern ihr Töchterchen in die Arme. Und als sie nun auch hörten, dass Stumpfschwänzchen noch am Leben sei, da gab es des Freundes kein Ende. Gleich am anderen Morgen machten sich die Haseneltern mit Samtfällchen auf den Weg nach dem ihn wohlbekannten Forsthause und lugten vorsichtig durch die Holzspalte in den Verschlag. Da sahen sie das kleine Mädchen auf dem Boden hocken. Auf dem Schoße hielt es Stumpfschwänzchen, das dankbar zu ihr aufsah und ihr die Händchen leckte. Und sie küßte und streichelte es und sprach zu ihm, Mein liebes Hieschen, bist du am Ende gar der Osterhase? Wirst du mir auch recht schöne Ostereier bringen? Recht bunte bringst du mir Geld? Stumpfschwänzchen nickte mit den Köpfchen und rieb sich vergnügt das Schnäuzchen an der Hand des blonden Kindes. Ja, sprach Papa Osterhase gerührt. Sie soll die schönsten, buntesten Ostereier bekommen, das kleine, mitleidige Mädchen, das unser Stumpfschwänzchen errettet hat. Sie und all die anderen Kinder auch. Es gibt doch noch gute Menschen. Hurra, rief die Osterhäsin und Samtfällchen und Hurra, rief auch Stumpfschwänzchen, denn er hatte die Worte des Vaters wohl gehört. Aber das kleine Mädchen konnte die Hasensprache nicht verstehen. Nun ging ein fleißiges Gepinsel los. Den ganzen Tag saßen Vater, Mutter und Samtfällchen über den Ostereiern. Jede Nacht aber schlich sich die Hasenmutter zu ihrem Söhnchen, plauderte mit ihm, brachte ihm süße Leckerbissen und sah nach, ob seine Wunde heile. Am Tage vor Oster war Stumpfschwänzchen wieder ganz hergestellt. Er konnte schon wieder richtig auftreten. Und da waren auch all die schönen Ostereier fertig. In der Nacht vom Ostersonntag zogen Papa Osterhase, die Mutter und das Schwesterchen mit der Mume Waldmaus zum Forsthausen. Mit ihren scharfen Zähnen zernagte die Mume die Holzlatten und glückselig sprang Stumpfschwänzchen in die Arme der Eltern. Als das kleine, barmherzige Mädchen am Morgen in den Kaninchenstall trat, war ihr Liebeshäschen fort. Aber zwischen dem Laub, hinter dem Wassernäpfchen, unter den Kohlblättern, überall lugten die bunten Ostereier hervor, die das dankbare Stumpfschwänzchen seiner kleinen Pflegerin hingelegt hatte. Aber auch die anderen Kinder auf der Erde gingen nicht leer aus. Stumpfschwänzchen und Samtfälchen liefen von Haus zu Haus. Lauter Kinderjubel schallte hinter ihn her und die Osterblumenelflein, die endlich ausgeschlafen hatten, zogen mit ihnen auf die lustige Osterhase. Die Gänsemarkt Ein Märchlein der Gebrüder Grimm Gelesen von Tan Daniel, dem Geschichtenweber Es lebte einmal eine alte Königin. Der war ihr Gemahl, schon lange Jahre gestorben. Und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermehlt werden sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, packte ihr die alte, gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein. Gold und Silber, Becher und Kleinode. Kurz alles, was nur zu einem königlichen Brautschatz gehörte. Denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Zudem weiß man ja auch nicht, was das andere Königshaus so alles zu bieten habe. Auch gab sie ihr eine Kammerjung vorbei, welche mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Und jede der beiden bekam ein Pferd zur Reise. Aber das Pferd der Königstochter hieß Falla da und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, dass sie blutete. Darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropfen Blut hinabfallen. Gab sie der Königstochter und sprach, liebes Kindlein, verwahre sie wohl. Sie werden dir unterwegs Not tun. Also nahmen beide voneinander betrübten Abschied. Das Läppchen steckte die Königstochter in ihrem Busen vor sich, setzte sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst und sprach zu ihrer Kammerjungfer, steig bitte ab und schöpfe mit einem Becher, den du für mich mitgenommen hast, Wasser aus dem Bache. Ich möchte gerne einmal trinken. Wenn ihr Durst habt, sprach die Kammerjungfer, so steigt selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt. Ich mag eurem Markt nicht sein. Da stieg die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über das Wasser im Bach und trank und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach sie, nach Gott. Da antworteten die drei Blutstropfen, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen. Aber die Königsbraut war demütig, sagte nichts und stieg wieder zum Pferd. So ritten sie etliche Meilen weiter fort. Aber der Tag war warm, die Sonne stach und sie durstete bald von Neuem. Da sie nun an einen Wasserfluss kamen, rief sie noch einmal ihre Kammerjungfer, steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken. Denn sie hatte alle bösen Worte längst vergessen. Vergesslichkeit kann manchmal wie Freundlichkeit wirken. Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger. Wollt ihr trinken? So trinkt allein. Ich mag nicht eure Magd sein. Da stieg die Königstochter hernieder vor großem Durst, legte sich über das fließende Wasser, weinte und sprach, und die Blutstropfen antworteten wiederum, wenn das deine Mutter müsste. Das Herz im Leibe tät ihr zerspringen. Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren aus dem Busen und floss mit dem Wasser fort, ohne dass sie es in ihrer großen Angst merkte. Die Kammerjungfer hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie Gewalt über die Braut bekäme. Denn damit, dass diese drei Blutstropfen verloren waren, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Faller da, sagte die Kammerfrau, auf Faller da gehöre ich und auf meinem Gaul gehörst du. Und das musste sie sich gefallen lassen. Dann befahl ihr die Kammerfrau mit harten Worten, die königlichen Kleider auszuziehen und ihre schlechten anzulegen. Und endlich musste sie sich unter freiem Himmel schwören, dass sie am königlichen Hof keinem Menschen etwas davon sprechen wollte. Und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Faller da sah das alles an und nahm's wohl in Acht. Die Kammerfrau stieg nun auf Faller da und die wahre Braut auf das schlechte Ross. Und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen. Da war große Freude über ihre Ankunft und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin. Sie ward die Treppe hinaufgeführt, die wahre Königstochter, aber musste unten stehen bleiben. Da schaute der alte König aus dem Fenster und sah sie im Hof halten und sah, wie sie fein war, zart und gar schön. Ging alsbald hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hof stände und wer sie wäre. Die habe ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft. Gib dir mag etwas zur Arbeit, dass sie nicht müßig steht. Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte, da habe ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen. Der Junge hieß Kürtchen, dem musste nun die wahre Braut helfen, Gänse hüten. Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König, Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen. Er antwortete, das will ich gerne tun. So lasst den Schinder rufen und da dem Pferde, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat. Eigentlich aber fürchtete sie, dass das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Absolut rationale Ängste halt. Nun war es soweit geraten, dass es geschehen und der treue Faller da sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wolle, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Faller da seinen Kopf hin nageln, dass sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schinders Knecht zu tun. Hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Tor fest. Des Morgens früh, da sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen, O du Faller da, da du hangest. Da antwortete der Kopf, O du Jungfer Königin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz täht ihr zersprengen. Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus und sie trieben die Gänse aufs Felsch und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre Haare auf. Die waren eitel Gold und Kürtchen sah sie und freute sich wie sie glänzten und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie weh Windchen nimm Kürtchen sein Hütchen und lass ihn mit sich jagen bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt und da kam ein so starker Wind dass er dem Kürtchen sein Hütchen wegwehte über alle Land und es musste ihm nachlaufen bis es wieder kam war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig und es konnte keine Haare kriegen da war Kürtchen bös und sprach nicht mit ihr und so hüteten sie die Gänse bis dass es Abend war dann gingen sie nach Haus den anderen morgen wo sie unter dem finsteren Tor hinaustrieben sprach die Jungfrau O du Falada da du hangest Falada antwortete O du Jungferkönigin da du gangest wenn das deine Mutter wüsste das Herz tät ihr zersprengen und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an ihr Haar auszukämmen und Kürtchen lief und wollte danach gereifen doch da sprach sie schnell weh weh Windchen nimm Kürtchen sein Hütchen und lass ihn mit sich jagen bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt und als wenn ihr es wissen würdet da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf weit weit weg das Kürtchen nachlaufen musste und als es wiederkam hatte sie längst ihre Haare zurecht und es konnte keins davon erwischen und so hüteten sie die Gänse bis es Abend war abends aber nachdem sie heimgekommen waren ging Kürtchen vor den alten König und sagte mit dem Mädchen da will ich nicht länger Gänse hüten warum das denn fragte der alte König das ärgert mich den ganzen Tag da befahl ihm der alte König zu erzählen wie es ihm denn mit ihr ginge da sagte Kürtchen das fängt schon morgens an morgens wenn wir unter dem finsteren Tor mit der Herde durch kommen so ist ein Gaulskopf an der Wand fest genagelt zu dem redet sie faller da da du hangest da antwortet der Kopf oh du Königsjungfer da du gangest wenn das deine Mutter wüsste das Herz tät ihr zerspringen und so erzählte Kürtchen weiter was auf der Gänsewiese geschehe und wie es da dem Hut im Winde nachlaufen müsste der alte König befahl ihm den nächsten Tag wieder hinaus zu treiben und er selbst wie es morgen war setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da wie sie mit dem Haupt des Faller da sprach und dann ging er ihr auch nach in das Feld und bag sich in einem Busch auf der Wiese da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen wie die Gänse und und der Gänsejunge die Herde getrieben brachten und wie nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare los flocht die strahlten von Glanz gleich sprach sie wieder weh weh Windchen nimm Kürtchen sein Hütchen und lass sich mit sich jagen bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt für euch nicht neu aber für den König schon denn da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürtchen Zut weg dass es weit zu laufen hatte und die Magd kämmte und flocht sich ihre Locken still fort welches der alte König alles beobachtete darauf ging er unbemerkt zurück und als abends die Gänse Magd heim kam rief er sie beiseite und fragte warum sie dem allem täte das darf ich euch nicht sagen und darf auch keinem Menschen mein Leid klagen denn so habe ich mich unter freiem Himmel verschworen weil ich sonst um mein Leben gekommen wäre er allerdings drang in sie und ließ ihr keinen Frieden aber er konnte nichts aus ihr heraus bringen da sprach er wenn du schon mir nicht sagen willst so klagt dem Eisenhofen da dein Leid und ging fort da kroch sie in den Eisenhofen fing an zu jammern und zu weinen schüttete ihr herz aus und sprach da sitze ich nun von aller welt verlassen und bin doch eine königstochter und eine falsche kammerjungfer hat mich mit gewalt dahin gebracht dass ich meine königlichen kleiderhabe ablegen müssen und auf meinem platz bei meinem bräutigam eingenommen und ich ich muss als gänsemarkt gemeine dienste tun wenn das meine mutter wüsste das herz im leib tät ihr zerspringen der alte könig stand aber außen an der ofen röhre lauerte ihr zu und hörte was sie sprach da kam er wieder herein und hieß sie aus dem ofen gehen da wurden ihr königliche kleider angetan und es schien ein wunder wie sie so schön war der alte könig rief seinen sohn und offenbarte ihm dass er die falsche braut hätte die war bloß ein kammermädchen die wahre aber stände hier als gewesene gänse mag der junge könig war herzensfroh als er ihre schönheit und tugend erblickte und ein großes mal wurde angestellt zu dem alle leute und gute freunde gebeten wurden obenan saß der bräutigam die königstochter zur einen seite und die kammerjungfer zur anderen aber die kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden schmuck als sie nun gegessen und getrunken hatte und guten mutes waren gab der alte könig der kammerfrau ein rätsel auf was eine solche wert wäre die den herrn so und so betrogen hätte er zählte damit den ganzen verlauf und fragte nun welches urteil ist diese würdig da sprach die falsche braut eine solche person ist nichts besseres wert als dass sie aus dem lande gejagt wird wohl wahr das bist du sprach der alte könig und hast dein eigen urteil gefunden und genau danach soll dir widerfahren und als das urteil vollzogen war vermählte sich der junge könig mit seiner rechten gemahlen und beide beherrschten ihr reich in Frieden und Seligkeit er hat vers an 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 im Däumelinchen Ein Märchlein von Hans Christian Andersen Es war einmal eine Frau, die sich sehr nach einem kleinen Kinde sehnte. Aber sie wusste nicht, woher sie es nehmen sollte. Nun ja, hätte da schon Wege gegeben, aber anscheinend wusste davon die Frau nichts. Da ging sie also zu einer alten Hexe und sagte zu ihr, ich möchte herzlich gerne ein kleines Kind haben. Willst du mir nicht sagen, woher ich das bekommen kann? Ja, damit wollen wir schon fertig werden, sagte die Hexe. Hast du einen Mann? Falls nicht, warte. So, da hast du ein Gerstenkorn. Das ist gar nicht von der Art, wie sie auf dem Felde des Landmanns wachsen oder wie sie die Hühner zu fressen bekommen. Lege das einfach in einen Blumentopf. So wirst du etwas zu sehen bekommen. Ich danke dir, sagte die Frau und gab der Hexe fünf Groschen, ging dann nach Hause, pflanzte das Gerstenkorn und sogleich wuchs da eine herrliche, große Blume. Sie sah aus wie eine Tulpe, aber die Blätter schlossen sich fest zusammen, gerade als ob sie noch eine Knospe wären. Das ist eine niedliche Blume, sagte die Frau und küsste sie auf die roten und gelben Blätter. Aber gerade wie sie darauf küsste, öffnete sich die Blume in einem Knall. Es war eine wirkliche Tulpe, wie man nun sehen konnte. Aber mitten in der Blume saß auf dem grünen Samengriffel ein ganz kleines Mädchen. Fein und niedlich. Es war nicht über einen Daumen breit und lang. Deswegen wurde es Däumelinchen genannt. Eine niedliche, lackierte Walnussschale bekam Däumelinchen zu Wiege. Feilchenblätter waren ihre Matratze und ein Rosenblatt, ihr Deckbett. Da stieg sie bei Nacht. Aber am Tage spielte sie auf dem Tisch, wo die Frau einen Teller hingestellt, um den sie einen ganzen Kranz von Blumen gelegt hatte, deren Stängel im Wasser standen. Hier schwamm ein großes Tulpenblatt. Und auf diesem konnte Däumelinchen sitzen und von der einen Seite des Tellers nach der anderen fahren. Sie hatte zwei weiße Pferdehaare zum Rudern. Das sah allerliebst aus. Sie konnte auch singen. Und so fein und niedlich, wie man es nie gehört hatte. Einmal Nacht, als sie in ihrem schönen Bettelag, kam eine Kröte durch eine zerbrochene Scheibe des Fensters hereingehüpft. Die Kröte war hässlich, groß und nass. Sie hüpfte gerade auf den Tisch herunter, auf den Däumelinchen lag und unter dem roten Rosenblatt schlief. Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn, sagte die Kröte. Und da nahm sie die Walnussschale, worin Däumelinchen schlief, und hüpfte mit ihr durch die zerbrochene Scheibe fort in den Garten hinunter. Da floss ein großer, breiter Fluss. Aber gerade am Ufer war es sumpfig und morastig. Hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Ach, der war hässlich und garstig. Er blich also seiner Mutter. Brack, 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 brack. Das war alles, was er sagen konnte, als er das niedliche kleine Mädchen in der Walnussschale erblickte. Sprich nicht so laut, sonst erwacht sie, sagte die alte Kröte. Sie könnte uns noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Schwanenflaumen. Wir wollen sie auf eins der breiten Seerosenblätter in den Fluss hinaussetzen. Das ist für sie, die so leicht und klein ist, gerade wie eine Insel. Und das Beste ist, da kann sie nicht davonlaufen, während wir die Staatsstube unter dem Morast, wo ihr wohnen und hausen sollt, instand setzen. Draußen in dem Flusse wuchsen viele Seerosen mit den breiten grünen Blättern. Die aussehen, als schwämmen sie oben auf dem Wasser. Das am weitesten hinausliegende Blatt war auch das allergrößte. Dahin schwamm die alte Kröte und setzte die Walnussschale mit Däumelinchen darauf. Das kleine Wesen erwachte frühmorgens, und da es sah, wo es war, fing es recht bitterlich an zu weinen. Denn es war Wasser zu allen Seiten des großen grünen Blattes, und es konnte gar nicht an Land kommen. Die alte Kröte saß unten im Morast und putzte die Stube mit Schilf und gelben Blumen aus. Es sollte da recht hübsch für die neue Schwiegertochter werden. Dann schwamm sie mit dem hässlichen Sohne zu dem Blatte, wo Däumelinchen stand. Sie wollten ihr hübsches Bett holen, denn das sollte in das Brautgemach gestellt werden, bevor sie es selbst betrat. Die alte Kröte verneigte sich tief im Wasser vor ihr und sagte, »He, siehst du meinen Sohn, er wird dein Mann sein, und ihr werdet recht prächtig unten im Morast wohnen.« »Quacks, breckeckeckecks«, war alles, was der Sohn sagen konnte. Dann nahmen sie das niedliche kleine Bett und schwammen damit fort. Aber Däumelinchen saß ganz alleine und weinte auf dem grünen Blatte, denn sie mochte nicht bei der garstigen Kröte wohnen oder gar ihren hässlichen Sohn zum Manne haben. Die kleinen Fische, die unten im Wasser schwammen, hatten die Kröte wohl gesehen, und sie hatten wohl auch gehört, was sie gesagt hatte. Deshalb streckten sie die Köpfe hervor. Sie wollten doch das kleine Mädchen sehen. Sie fanden es sehr niedlich und bedauerten, dass es zur hässlichen Kröte hinunter sollte. Nein, nein, das durfte nie geschehen. Sie versammelten sich unten im Wasser, rings um den grünen Stängel, der das Blatt hielt, nagten mit den Zähnen den Stiel ab, und da schwamm das Blatt den Fluss hinab mit Däumelinchen davon. Weit, weit weg, wo die Kröte sie nicht erreichen konnte. Däumelinchen segelte an vielen Städten vorbei, und die kleinen Vögel saßen in den Büschen, sahen sie und sangen, welch liebliches kleines Mädchen. Das Blatt schwamm mit ihr immer weiter und weiter fort. So reiste Däumelinchen außer Landes. Ein niedlicher, weißer Schmetterling umflatterte sie stets und ließ sich zuletzt auf das Blatt nieder, denn Däumelinchen gefiel ihm. Sie war sehr erfreut, denn nun konnte die Kröte nur sie nicht erreichen, und es war so schön, wo sie fuhr. Die Sonne schien auf das Wasser, das wie lauteres Gold glänzte. Sie nahm ihren Gürtel, band das eine Ende um den Schmetterling, das andere Ende des Bandes befestigte sie am Blatte. Das glitt nun viel schneller davon, und sie mit, denn sie stand darauf. Da kam ein großer Maikäfer angeflogen. Der erblickte sie, schlug augenblicklich seine Klauen um ihren schlanken Leib und flog mit ihr auf einen Baum. Das grüne Blatt schwamm den Fluss hinab und der Schmetterling mit, denn er war an das Blatt gebunden und konnte nicht loskommen. Wie war das arme Däumelinchen erschrocken, als der Maikäfer mit ihr auf den Baum floh. Aber hauptsächlich war sie des schönen weißen Schmetterlings wegen betrübt, den sie an das Blatt festgebunden hatte. Wenn er sich nicht befreien konnte, musste er ja verhungern. Darum kümmerte sich der Maikäfer nicht. Er setzte sich mit ihr auf das größte grüne Blatt des Baumes. Er gab ihr das Süße der Blumen zu essen und sagte, dass sie niedlich sei. Obgleich sie einem Maikäfer durchaus nicht gleiche. Später kamen alle die anderen Maikäfer, die im Baum bewohnten, und besuchten sie. Sie betrachteten Däumelinchen und die Maikäferfräulein rümpften die Fühlerhörner und sagten, »Sie hat doch nicht mehr als zwei Beine. Das sieht so erbärmlich aus. Sie hat nicht mal mehr Fühlerhörner«, sagte eine andere. »Sie ist so schlank in der Mitte. Puh, sie sieht wie ein Mensch aus. Wie hässlich sie ist«, sagten alle Maikäferinnen. Und doch war Däumelinchen so niedlich. Das erkannte auch der Maikäfer, der sie geraubt hatte. Aber als alle anderen sagten, sie sei hässlich, so glaubte er es zuletzt auch und wollte sie gar nicht haben. Sie konnte gehen, wohin sie wollte. Sie flogen mit ihr den Baum hinab und setzten sie auf ein Gänsedümchen. Da weinte sie, weil sie so hässlich sei, dass die Maikäfer sie nicht haben wollten. Und doch war sie das Lieblingste, das man sich denken konnte. So fein und klar wie das schönste Rosenblatt. Den ganzen Sommer über lebte das arme Däumelinchen ganz alleine in dem großen Wald. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hing es unter einem Klettenblatter auf. So war sie vor Regen geschützt. Sie pflückte das Süße der Blumen zur Speise und trank vom Tau, der jeden Morgen auf den Blättern lag. So vergingen Sommer und Herbst. Aber nun kam der Winter. Der kalte, lange Winter. Alle Vögel, die so schön vor ihr gesungen hatten, flogen davon. Bäume und Blumen verdorrten. Das große Klettenblatt, unter dem sie gewohnt hatte, schrumpfte zusammen. Und es blieb nichts als ein gelber, verwelkter Stängel zurück. Däumelinchen fror schrecklich, denn ihre Kleider waren entzwei und sie war selbst so fein und klein. Sie musste erfrieren. Es fing an zu schneien und jede Schneeflocke, die auf sie fiel, war, als wenn man auf uns eine ganze Schaufel vollwirft. Denn wir sind groß und sie war nur einen halben Finger lang. Da hüllte sie sich in ein verdorrtes Blatt ein. Aber das wollte nicht wärmen. Sie zitterte vor Kälte. Dicht vor dem Walde, wohin sie nun gekommen war, lag ein großes Kornfeld. Das Korn war schon lange abgeschnitten. Nur die nackten, trockenen Stoppeln standen aus der gefrorenen Erde hervor. Sie waren gerade wie ein ganzer Wald für sie zu durchwandern. Und sie zitterte vor Kälte. Da gelangte sie vor die Tür der Feldmaus, die ein kleines Loch unter den Kornstoppeln hatte. Da wohnte die Feldmaus warm und gut, hatte die ganze Stube voll Korn, eine herrliche Küche und Speisekammer. Das arme Däumelinchen stellte sich in die Tür, gerade wie jedes andere arme Bettelmädchen, und bat um ein kleines Stück von einem Gerstenkorn. Denn sie hatte seit zwei Tagen nicht das Mindeste zu essen gehabt. Du kleines Wesen, sagte die Feldmaus, denn im Grunde war es eine gute, alte Feldmaus. Komm herein in meine warme Stube und iss mit mir. Da ihr nun Däumelinchen gefiel, sagte sie, du kannst den Winter über bei mir bleiben. Aber du musst meine Stube sauber und reinhalten und mir Geschichten erzählen, denn die liebe ich sehr. Däumelinchen tat, was die gute, alte Feldmaus verlangte, und hatte es über die lange Winterzeit hinweg außerordentlich gut. Nun werden wir bald Besuch erhalten, sagte die Feldmaus. Mein Nachbar pflegt mich wöchentlich einmal zu besuchen. Er steht sich noch besser als ich, hat große Säle und trägt einen schönen schwarzen Samtpelz. Wenn du den zum Manne bekommen könntest, so wärest du gut versorgt. Aber er kann nichts sehen. Weißt du was? Du musst ihm, wenn er unser Gast ist, die niedlichsten Geschichten erzählen, die du weißt. Aber darum kümmerte sich Däumelinchen nicht. Sie mochte den Nachbar gar nicht haben, denn er war ein Maulwurf. Er kam und stattete den Besuch in seinem schwarzen Samtpelz ab. Er sei reich und gelehrt, sägte die Feldmaus. Seine Wohnung war auch zwanzigmal größer als die der Feldmaus. Gelehrsamkeit besaß er, aber die Sonne und die schönen Blumen mochte er gar nicht leiden. Von beiden sprach er schlecht, denn er hatte sie ja noch nie gesehen. Däumelinchen musste singen und sie sang Maikäfer flieg und wer will unter die Soldaten. Da wurde der Maulwurf der schönen Stimme wegen in sie verliebt. Aber er sagte nichts. Er war ein besonderer Mann. Er hatte sich vor kurzem einen langen Gang durch die Erde von seinem bis zu ihrem Hause gegraben. In diesem erhielten die Feldmaus und Däumelinchen die Erlaubnis zu spazieren, so viel sie nur wollten. Aber er bat sie, sich nicht vor dem toten Vogel zu fürchten, der in dem Gange liege. Es war ein ganzer Vogel mit Federn und Schnabel, der sicher erst kürzlich gestorben und nun begraben war. Gerade da, wo er seinen Gang gemacht hatte. Der Maulwurf nahm nun ein Stück faules Holz ins Maul, denn das schimmert ja wie Feuer im Dunkeln, ging voran und leuchtete ihnen in den langen, dunklen Gange. Als sie dahin kamen, wo der tote Vogel lag, stemmte der Maulwurf seine breite Nase gegen die Decke und stieß die Erde auf, sodass es ein großes Loch gab und das Licht hindurch scheinen konnte. Mitten auf dem Fußboden lag eine tote Schwalbe, die schönen Flügel fest an die Seite gedrückt, die Füße und den Kopf unter die Federn gezogen. Der arme Vogel war sicher vor der Kälte gestorben. Das tat Däumelinchen leid. Sie hielt viel von allen kleinen Vögeln. Sie hatten ja den ganzen Sommer so schön vor ihr gesungen und gezwitschert. Aber der Maulwurf stieß ihn mit seinen kurzen Beinen und sagte, Nun pfeift er nicht mehr. Es muss doch erbärmlich sein, als kleiner Vogel geboren zu werden. Gott sei Dank, dass keins von meinen Kindern das wird. Ein solcher Vogel hat ja außer seinem Kiewitsch nichts und muss im Winter verhungern. Ja, das mögt er als vernünftiger Mann wohl sagen, erwiderte die Feldmaus. Was hat der Vogel für all seinen Kiewitsch, wenn der Winter kommt? Er muss hungern und frieren. Doch das soll ja ganz besonders vornehm sein. Däumelinchen sagte aber gar nichts. Aber als die beiden anderen dem Vogel den Rücken wandten, neigte sie sich herab, schob die Federn beiseite, die den Kopf bedeckten, und küsste ihn auf die geschlossenen Augen. Vielleicht war er es, der so hübsch vor mir im Sommer sang, dachte sie. Wie viel Freude hat er mir nicht gemacht, der Liebe, schöne Vogel. Der Maulwurf stopfte nun das Loch zu, durch das der Tag hereinschien, und begleitete dann die Damen nach Hause. Aber nachts konnte Däumelinchen gar nicht schlafen. Da stand sie von ihrem Bette auf und flocht von Heu einen großen, schönen Teppich. Den trug sie zu dem Vogel, breitete ihn über ihn und legte weiche Baumwolle, die es in der Stube der Feldmaus gefunden hatte, an seine Seite, damit er in der kalten Erde warm liegen möge. Lebe wohl, du schöner kleiner Vogel, sagte sie. Lebe wohl und habe Dank für deinen herrlichen Gesang im Sommer, als alle Bäume grün waren und die Sonne warm auf uns hinab schien. Dann legte sie ihre Haupt an des Vogels Brust. Er schrak aber zugleich, denn es war gerade, als ob drinnen etwas klopfte. Das war des Vogels Herz. Der Vogel war nicht tot, er lag nur betäubt da, war nun erwärmt worden und bekam wieder Leben. Im Herbst fliegen alle Schwalben nach den warmen Ländern fort. Aber ist da eine, die sich verspätet, so friert sie so, dass sie wie tot niederfällt und liegen bleibt, wo sie hinfällt. Und der kalte Schnee bedeckt sie. Däumelinchen zitterte heftig. So war sie erschrocken, denn der Vogel war groß, sehr groß gegen sie. Aber sie fasste doch Mut, legte die Baumwolle dichter um die arme Schwalbe und holte ein krausen Minzblatt, das sie selbst zum Deckblatt gehabt hatte und legte es ganz behutsam über den Kopf des Vogels. In der nächsten Nacht schlich sie wieder zu ihm und da war er nun lebendig, aber ganz matt. Er konnte nur einen Augenblick seine Augen öffnen und Däumelinchen ansehen. Die mit einem Stück faulen Holzes in der Hand, denn andere Laternen hatte sie nicht, vor ihm stand. Ich danke dir, du niedliches kleines Kind, sagte die kranke Schwalbe zu ihr. Ich bin herrlich erwerben worden. Bald, bald erhalte ich meine Kräfte zurück. Und dann, dann kann ich wieder draußen in den warmen Sonnenschein herumfliegen. Oh, sagte Däumelinchen, es ist kalt draußen, es schneit und friert. Bleib besser in deinem warmen Bette, ich werde dich schon pflegen. Dann brachte sie der Schwalbe Wasser in einem Blumenblatt und diese trank und erzählte ihr, wie sie ihren einen Flügel an einem Dornenbusch gerissen und deshalb nicht so schnell habe fliegen können, wie die anderen Schwalben, die fortgezogen seien. Weit fort nach den warmen Ländern. So sei sie zuletzt zur Erde gefallen. Mehr wusste sie nicht. Und auch nicht, wie sie hierher gekommen war. Den ganzen Winter blieb sie nun da unten. Däumelinchen pflegte sie und hatte sie lieb. Weder der Maulwurf noch die Feldmaus erfuhren etwas davon. Denn sie mochten die arme Schwalbe nicht leiden. Sobald das Frühjahr kam und die Sonne die Erde erwärmte, sagte die Schwalbe Däumelinchen, die das Loch öffnete, das der Maulwurf oben gemacht hatte, Lebewohl. Die Sonne schien herrlich zu ihnen herein. Und die Schwalbe fragte, ob sie mitkommen wolle. Sie könnte ja auf ihren Rücken sitzen. Sie wollten weit in den grünen Wald hineinfliegen. Aber Däumelinchen wusste, dass es die alte Feldmaus betrüben würde, wenn sie sie verließe. Nein, ich kann nicht, sagte Däumelinchen. Lebewohl, lebewohl, du gutes, niedliches Mädchen, sagte die Schwalbe und flog hinaus in den Sonnenschein. Däumelinchen sah ihr nach und das Wasser trat ihr in die Augen, denn sie war der armen Schwalbe von Herzen gut. Kiewit, Kiewit, sang der Vogel und flog in den grünen Wald. Däumelinchen war recht betrübt. Sie erhielt gar keine Erlaubnis, in den warmen Sonnenschein hinauszugehen. Das Korn, das auf dem Felde über dem Hause der Feldmaus gesät war, wuchs auch hoch in die Luft empor. Das war ein ganz dichter Wald für das arme kleine Mädchen. Nun sollst du im Sommer deine Aussteuer nähen, sagte die Feldmaus zu ihr. Denn der Nachbar, der langweilige Maulwurf in dem schwarzen Samtpelze, hatte um sie gefreit. Du musst sowohl Wollen- wie Laienzeug haben, denn es darf dir an nichts fehlen, wenn du des Maulwurffrau wirst. Däumelinchen musste auf der Spindel spinnen und die Feldmaus mietete vier Raupen, die Tag und Nacht für sie webten. Jeden Abend besuchte sie der Maulwurf und sprach dann immer davon, dass, wenn der Sommer zu Ende gehe, die Sonne lange nicht so warm scheinen werde. Sie brenne da, jetzt die Erde fest wie Stein. Ach, wenn der Sommer vorbei sei, dann wollte er mit dem Däumelinchen Hochzeit halten. Aber sie war gar nicht erfreut darüber, denn sie mochte den langweiligen Maulwurf nicht leiden. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging und jeden Abend, wenn sie unterging, stahl sie sich zur Tür hinaus. Und wenn dann der Wind die Kornieren trennte, sodass sie den blauen Himmel erblicken konnte, dachte sie daran, wie hell und schön es hier draußen sei und wünschte sehnlichst, die liebe Schwalbe wiederzusehen. Aber die kam nicht wieder. Sie war gewiss weit weg in den schönen grünen Wald gezogen. Als es nun Herbst wurde, hatte Däumelinchen ihre ganze Aussteuer fertig. In vier Wochen sollst du Hochzeit halten, sagte die Feldmaus. Aber Däumelinchen weinte und sagte, sie wolle den langweiligen Maulwurf nicht haben. Ach, Schnickschnack, sagte die Feldmaus, werde nicht widerspenstig, denn sonst werde ich dich mit meinen weißen Zähnen beißen. Es ist ja ein schöner Mann, den du da bekommst, und das darfst du nicht vergessen. Die Königin selbst hat keinen solchen schwarzen Samtpelz. Er hat Küche und Keller voll. Danke du Gott für ihn. Nun sollten sie Hochzeit haben. Der Maulwurf war schon gekommen, Däumelinchen zu holen. Sie sollte bei ihm wohnen, tief unter der Erde. Nie an die warme Sonne herauskommen, denn die mochte er nicht leiden. Das arme Kind war sehr betrübt. Sie sollte nun der schönen Sonne Lebewohl sagen, die sie doch bei der Feldmaus hatte von der Tür aus sehen dürfen. Lebewohl, du helle Sonne, sagte sie, Sie streckte die Arme hoch empor und ging auch eine kleine Strecke weiter vor dem Haus der Feldmaus. Denn nun war das Korn geerntet und hier standen nur die trockenen Stoppeln. Lebewohl, lebewohl, sagte sie und schlang ihre Arme um eine kleine rote Blume, die da stand. Gerüß die kleine Schwalbe von mir, wenn du sie zu sehen bekommst. Kiewicz, Kiewicz! Er tönte es plötzlich über ihrem Kopf. Sie sah empor. Es war die kleine Schwalbe, die gerade vorbeikam. Sobald sie Däumelinchen erblickte, wurde sie sehr erfreut. Diese erzählte ihr, wie ungern sie den hässlichen Maulwurf zum Manne haben wolle und dass sie dann tief unter der Erde wohnen solle, wo nie die Sonne scheine. Sie konnte sich nicht enthalten, dabei zu weinen. Nun kommt der kalte Winter, sagte die kleine Schwalbe. Ich fliege weit fort nach den warmen Ländern. Sag mal, willst du mit mir kommen? Du kannst auf meinem Rücken sitzen. Binde dich nur mit deinem Gürtel fest. Dann fliegen wir vor dem hässlichen Maulwurf und seiner dunklen Tube fort weit über die Berge. Nach den warmen Ländern, wo die Sonne schöner scheint als hier. Wo es immer Sommer ist und es herrliche Blumen gibt. Fliege nun mit mir, du liebes kleines Däumelinchen, die mein Leben gerettet hat, als ich wie tot auf dem dunklen Erdkeller lag. Ja, ja, ich werde mit dir kommen, sagte Däumelinchen und setzte sich auf des Vogels Rücken, mit den Füßen auf seinen entfalteten Schwingen. Sie band ihren Gürtel an einer der stärksten Federn fest. Und da flog die Schwalbe hoch in die Luft hinaus. Über Wald und über See, hoch über die Berge, wo immer Schnee liegt. Däumelinchen fror in der kalten Luft. Aber darin verkroch sie sich unter des Vogels warmen Federn und streckte nur den kleinen Kopf hervor, um all die Schönheiten unter sich zu bewundern. Da kamen sie denn nach den warmen Ländern. Dort schien die Sonne weit klarer als siehe. Der Himmel war zweimal so hoch und an den Gräben und Hecken wuchsen die schönsten grünen und blauen Weintrauben. In den Wäldern hingen Zitronen und Apfelsinen. Hier duftete es von Myrte und Krauseminze. Auf den Landstraßen liefen die niedlichsten Kinder und spielten mit großen, bunten Schmetterlingen. Aber die Schwalbe flog noch weiter fort. Und es wurde schöner und schöner. Unter den herrlichsten grünen Bäumen an dem blauen See stand ein blendend weißes Marmorschloss aus alten Zeiten. Weinreben ranken sich um die hohen Säulen empor. Ganz oben waren viele Schwalbennester und in einem wohnte die Schwalbe, die Däumelinchen trug. Hier ist mein Haus, sagte die Schwalbe. Aber willst du dir nun selbst einer der prächtigsten Blumen, die da unten wachsen, aussuchen? Dann will ich dich hineinsetzen. Und du sollst es gut und schön haben. Wie du es dir nur wünschst. Das ist herrlich, sagte Däumelinchen und klatschte erfreut in die kleinen Hände. Da lag eine große, weiße Marmorsäule, die zu Boden gefallen und in drei Stücke gesprungen war. Aber zwischen diesen wuchsen die schönsten, großen, weißen Blumen. Die Schwalbe flog mit Däumelinchen hinunter und setzte sie auf eines der breiten Blätter. Aber wie erstaunte diese. Da saß ein kleiner Mann, mitten in der Blume. So weiß und durchsichtig, als wäre er von Glas. Die niedrigste Goldkrone trug er auf dem Kopfe und die herrlichsten, klaren Flügel an den Schultern. Er selbst war nicht größer als Däumelinchen. Es war der Blumenelf. In jeder Blume wohnte so ein kleiner Mann oder eine Frau. Und dieser war der König über alle. Gott, wie schön, flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine Prinz erschrak sehr über die Schwalbe, denn sie war gegen ihn, der so klein und fein war, ein Riesenvogel. Aber als er Däumelinchen erblickte, wurde er hoch erfreut. Sie war das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Deswegen nahm er seine Goldkrone vom Haupte und setzte sie ihr auf, fragte, wie sie heiße und ob sie seine Frau werden wolle. Dann solle sie Königin über alle Blumen werden. Ja, das war wahrlich ein anderer Mann als der Sohn der Kröte und der Maulwurf mit dem schwarzen Samtpelze. Sie sagte deshalb, ja, zu dem herrlichen Prinzen. Und von jeder Blume kam eine Dame oder ein Herr, so niedlich, dass es eine Lust war. Jeder brachte Däumelinchen ein Geschenk. Aber das Beste von allem waren ein paar schöne Flügel von einer großen weißen Fliege. Sie wurden Däumelinchen am Rücken befestigt und nun konnte sie auch von Blume zu Blume fliegen. Da gab es viel Freude und die Schwalbe saß oben in ihrem Neste und sang ihnen vor, so gut sie konnte. Aber im Herzen war sie doch betrübt, denn sie war Däumelinchen gut und wäre gerne immer mit ihr zusammengeblieben. Am liebsten hätte sie sich daher nie von ihr trennen mögen. Du sollst nicht Däumelinchen heißen, sagte der Blume-Elf zu ihr. Das ist ein hässlicher Name und du, du bist so wunderschön. Wir wollen dich von nun an Maya nennen. Lebe wohl, lebe wohl, sagte die kleine Schwalbe und flog wieder fort von den warmen Ländern. Weit weg, nach Deutschland zurück. Denn dort hatte sie ein kleines Nest über dem Fenster, wo der Mann wohnt, der Märchen erzählen kann. Vor ihm sang sie, Kiewit, Kiewit. Und daher wissen wir die ganze Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der verschimmelte Osterhase Ein Märchlein von Helmut Würdemann Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber Es war einmal ein großer Schokoladen-Osterhase. Der sah so schön aus, dass die Kinder ihn nicht zerbrechen und essen mochten. Sie stellten ihn gleich am ersten Feiertag auf den Wohnzimmerschrank, wo er, in seinem silberroten Gewand, nichts tat und doch allen eine Freude machte. Mit der Zeit aber fand auch der Schimmelpilz gefallen an der leckeren Figur. Er verbreitete sich rücksichtslos auf ihrer nackten Haut und zehrte an der Schokolade, sodass der Hase ganz krank davon wurde. Die Kinder bemerkten sein Sichtum erst, als auch ein Teil der Kleidung zerfiel. Sie wollten das hübsche Tier aber trotzdem nicht opfern. Da sprach die Mutter ein Machtwort. Jetzt ist aber Schluss! Ihr könnt die Schokolade sowieso nicht mehr essen. Wir werfen die Figur weg. Die feinhörigen Kinder merkten gleich, dass die Mutter zögerte. Denn sonst hätte sie nicht gesagt, wir werfen die Figur weg, sondern hätte sie gleich genommen und in den Apfel-Eimer gelegt. Deshalb bettelten sie um das Leben der Schokoladengestalt wie um ein echtes Tier. Ich weiß was, sagte einer der beiden Töchter. Wir kaufen für unser Taschengeld eine Gussform und machen einen neuen Hasen. Die Mutter war einverstanden. Als die Kinder aber eine Gussform kaufen wollten, stellten sie fest, dass ihr Geld nicht reichte. Für einen so großen Hasen ist es nicht genug, bedauerte der Kaufmann. Aber ich habe auch eine kleine Form für junge Hasen. Macht euch doch ein paar Hasenkinder. Diese Idee fanden die Mädchen und Jungen ganz hervorragend. Sie nahmen die kleine Form und gingen lebhaft sprechend nach Hause. Als sie hier anlangten, stand ihr Plan fest. Wir schmelzen den Krankenhasen, töten dabei die Schimmelpilze und gießen die Masse in die kleine Hasenform. Das gibt mindestens vier Häschen. Für jeden von uns eines. Natürlich dürfen wir sie nie essen. Denn vielleicht sind die Pilze doch nicht ganz tot. Die Schokolade schmeckt hier auch gar nicht mit den Schimmelrückständen. Mit der Hilfe der Mutter, die einen Topf mit Gießtülle bereitstellte und den Kindern den Küchenherd überließ, gelang es tatsächlich, vier kleine Hasen zu fabrizieren. Die Mädchen nähten ihnen zierliche Anzüge. Und dann durften sie den Platz der Hasenmutter einnehmen. Und weil sie selbst gemacht waren, liebten die Kinder sie noch mehr als den geopferten Schokoladenosterhasen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017